bewegt bild banausen filmer kino und serien bis ihr kotzt sehr leise sehr leise hier meine kopfhörer ja dann kannst ja lauter stellen vielleicht sind das auch die nachwirkung von meinem wochenendjob ja natürlich auch sein weil das jetzt auf dem rave aufgelegt kurz davor war auf dem rave habe ich nicht aufgelegt aber trotzdem laute musik und zum club laute musik ja aber lauter als sonst das ist ja sonst irgendwie machst du das ja andauern ja aber wenn ich im mittwoch komme dann habe ich ja schon drei vier tage regenerationsphase und jetzt ja so frisch nach dem wochenende ist nämlich frisch nach worden heute falls ich frage warum ja weil das nämlich frisch nach dem wochenende ist okay aber das heißt es geht dir immer so dass du dann ein paar tage brauchst ja das wäre ja auf dauer dann echt nicht gut eigentlich nicht vielleicht ist das der einsetzende hörschaden oh je und lieben rollstuhl mir gegenüber ja also ist ja genau so hast du den stuhl gerade genannt aus dem pflegeheim aus dem pflegeheim die bewegt bei banausen herzlich willkommen immer noch für euch am start ja so geil wenn wir das so weiter durchziehen und wir das irgendwie in 20 jahren immer noch machen dann haben wir echt hart übertrieben also ich meine was machen wir dann na podcast dann sagen wir der älteste podcast deutschland aber literally ist ja die frage ob wir dann der älteste sind weil die anderen wachsen ja praktisch mit uns mit ja ja entweder das oder die machen es halt nicht so lange podcast ist ja zweideutig zu verstehen aber das sind ja bei häufiges lebensstil kann ich verstehen dass es nicht so lange macht ja entweder das oder es sind ja nicht nur jüngere die das auch machen ja ja klar aber also grundsätzlich ist es ja wie beim pokern das ist ja etwas was man auch im gesetzteren alter machen kann also bis jetzt pokern muss für so viel herhalten bei dir das ist für dich so oft irgendwie das vergleichsding ist ja wie beim pokern naja aber podcast ist doch jetzt keine ist so du bist jetzt kein profi tennisspieler oder jetzt sagst du ja irgendwann muss man mal aufhören oder ein bisschen kürzer treten ach so meinst du das ist körperlich überhaupt keine beanspruchung eher geistig und psychisch für mich wenn ich mit dir podcast aufnähe gut in die richtung geht das sind wir selber schuld setzt aber ich sehe es nur du musst es so rum sehen also das gehören wird ja dann auch immer wieder gefordert in dem man sich erinnern muss an irgendwelche filme an dem man sachen über filme analysieren muss recherchieren weißt du das ist ja auch training total mentales training und so bleiben wir halt immer im stell vor wir werden hier so zwei ältere herren die überhaupt keine freunde haben und die nur so für sich alleine mit sieben katzen leben das wäre doch schlimmer so hat man regelmäßig konversationen verstehst du ja tauscht sich aus ich dachte ich habe mir gerade vorgestellt wie wir beide mit sieben katzen zusammen leben würden aber du meinst dann jeder für sich hat jeder für sich hat ich meine dass wir so eine verbohrten alten ohne soziale kontakte sind die einfach nur wo das highlight ist dass sie kurz mal zum fenster gucken für eine halbe stunde ja nee nee klar ist klar ist das besser ja also logisch und so hört sogar noch jemand zu ja und genau und wir bezeugen praktisch unsere also wenn jetzt hier meine dass mich an irgendwelche scheuspieler nicht erinnern kann wenn das jetzt der einsatz ist von wegen hier wenn das in die fahrer richtung geht hier mit anthony hopkins dann hat man das protokolliert hier im laufe des podcast stimmt dann kann man den zerfall so ein bisschen dokumentieren richtig das ist medizinisch vielleicht gar nicht mal schlecht dass wir das alles hier auf band haben na das ist jetzt die frage was das über mich aussagt da bin ich auch schon so alzheimer leid du bist na du bist das ist was anderes das ist ja kein alzheimer du bist ja geboren als der fahrer quasi das war ja schon immer bei dir mit drin also das ist ja einfach das gedächtnis ist einfach die scheiße wie beim golfen im handicap ich steige einfach schon ein bisschen weiter oben ein ja richtig du bist ja wirklich gehandicapt also wenn es nach mir geht kannst du dich auch mit dem gedächtnis kannst du dich in der s-bahn auch auf die behindertensitze setzen ich habe da kein thema wird das ist so geil also ich verantragten behinderten außer demnächst können wir überall parken weil ich einfach ein beschissenes gedächtnis habe ja ja da kannst du mal probieren und wenn du dann zeugen dafür brauchst also dann soll ich mich mal anrufen ich kann das bestätigen auf jeden fall sonst haben wir auch ein paar episoden die sie hören können ja stimmt ja geile referenz auch wieder ja haben wir auf band und kannst ja kannst nachweisen naja also ich bin mir ein dass ich dazwischendurch auch helle momente habe also das ist aber jetzt nicht wirklich ein chronologischer verlauf das trifft auf anthony hoppkins in der fahr dazu super ab und zu kommt ja mal klar und erinnert sich an irgendwelche vergangenen urlaube ja ja na das dann habe ich ja noch nicht gesehen aber den gibt es ja leider schon das sonst wäre das ja ein ganz gutes sequel gewesen ja den gibt es schon ja kommen wir zu kommen wir zu der enkelkind das zweite sequel ja können wir dem herrn ja mal vorschlagen boah wie hieß er das ist jetzt schon wieder eine bash frage der regisseur der regisseur von der fahrer der fahrer das vergesse ich immer nie vergesse ich jedes mal den namen vergesse ich tatsächlich jedes mal von dem siehst du geht nicht nur mir so das ist schön ja gut aber er gehörte zu denen ich mir jetzt tatsächlich nie gemerkt habe also das ist so weißt du also es ist schon was anderes ob matt key for sutherland in dem moment nicht einfällt wo ich weiß wer das ist oder halt ein regisseur wo ich mir hat den namen nicht gemerkt habe das sind schon muss man trennen muss er wahrscheinlich noch ein paar andere große filme machen bis man sich den mal gemerkt hat ja aber es ist auch ein bisschen so dieses wer wird millionär ding so dass du vor mikrofon du willst halt irgendwas abrufen in dem moment und das kommt halt nicht und dann höre ich den podcast weißt du sitzt im auto und denke so alle denk sofort an den namen so und denk so wie der ist dir nicht eingefallen das dann auch immer wieder lustig wenn ich dann passiv irgendwo entspannt unseren podcast danach höre oder kontroll höre so wie du das auch machst dann fliegt mir sofort der name zu den ich irgendwie online gesucht habe ich denke so wie kann das sein dass das dir steven segal nicht eingefallen ja ja klar ja habe ich auch hin und wieder so ist das aber ich kann das auch bei anderen also wir sehen das ja auch zum beispiel bei leuten die wir zu gast haben da gibt es ja auch so ein paar leute die dann halt ewig nach einem namen suchen weil das ist einfach so ja ja auf jeden fall kommst dann halt nicht drauf ja und wir reden jetzt nicht von alessandro weil der ist jetzt wirklich also der ist ganz unten in der namenskette was na ich fühle mich da voll verbrüdert nee du bist da schon also da bist du ja genie dagegen alter was das gedächtnis angeht also ich habe mir das zum teil angeguckt was ja unser azubi war ja zu gast bei alessandro muss man kann man vielleicht mal promoten oder ja ich wollte gerade sagen also das muss man auf jeden Fall promoten unser azubi war sogar dreifach bei alessandro die haben irgendwie drei episoden aufgenommen die anderen beiden kommen wohl noch da ging es unter anderem bei vielen loathing las wegas ging es in eine episode ich weiß nicht was genau davon podcast ist was video format ist aber jetzt haben die gerade ein video aufgenommen davon wirst du wahrscheinlich erzählen ja das habe ich mir zum teil angeguckt und da war ich voll oft bei alessandro als er so ja der und der ich komme nicht auf den namen und ich war halt manchmal ging es mir genauso ich so fuck stimmt ich weiß was wir da meinen ah wie ist der typ so und an bei anderen fällen dann sofort der klar ist der und der dann hat er von red herring geredet und dachte aber an mcguffin wo ich auch dachte ja okay du meinst mcguffin weißt ja dann muss man das auch mal so so wie ich eh nicht ja dass er irgendwas sagt aber dann was anderes meint so wo ich dann sofort okay oben schalte was er dann in dem moment meint und du checkst ja im moment auch nicht also ich höre das das ist auch wieder so ein ding was ich beim nachhören höre wenn ich dann sage so keine ahnung der regisseur inszeniert und dann sage ich aber hier und der hauptdarsteller inszeniert blablabla hin und her weißt du und dann sage ich in dem moment hauptdarsteller und bekomme das gar nicht mit so weißt du und in meinem kopf ist das regisseur so in dem moment und dann höre ich das nach und denke so alter in dem moment dachtest du wolltest du regisseur sagen und hast gar nicht mitbekommen dass du nicht regisseur gesagt hast ja aber dass man so im redefluss irgendwie ein wort verwendet was nichts passendes ist das passiert ja andauernd ganz oft bei mir das ist auf jeden fall das meine macke das meine fahre ja und alles andere ist ja der also dass der so auf kommando irgendwie schauspieler abrufen kann das ist das sehr unwinnig aber was er richtig krass macht also manchmal wenn ich einen film gucke neulich bei fotos zum beispiel schicke ich ihm halt so ein so ein screenshot von dem film nicht und er weiß sofort der weiß welcher film das ist der bei horstein der friedrichsmann hat er sofort erkannt und neulich footloose hat auch gecheckt also das footloose der neue footloose ja aber siehst du ich glaube das geht mir auch ähnlich weil das wenn man halt so eher so visuell unterwegs ist ja dann kannst du es sofort irgendwie zuordnen oder zumindest also bei mir ist auch so ich weiß dann relativ schnell ja habe ich gesehen oder nicht dann mit dem zuordnen ist nun mal next level ja bei mir sind zahlen zahlen bin ich nicht so gut also so nummern merken und so das da war ich früher immer fitter aber alles was so nummern kombinationen jahreszahlen und so angeht ja logisch früher musstest du dir auch noch irgendwelche telefonnummern mehr stimmt schon ja ja stimmt schon dann musstest ist ja zwangsläufig und dann wenn du die nummer natürlich auch immer manuell eingetippt hast hattest du natürlich eher im kopf gespeichert als als heute wo du sie einfach wo du einfach wählen drückst hast du dir das denn komplett angeguckt mit alles andere und dennis bis auf den spoiler part ach weil ich den film ja nicht weil ja die haben ja so die haben drei teile gemacht einmal auf dem weg zum kino dann so auf der rückfahrt zum kino und dann haben sie ein spoiler kapitel gemacht und da ich den film noch nicht kenne bin ich da ausgestiegen bis dann habe ich es gesehen und fand es ja unterhaltsam und fand es eigentlich ein ganz cooles konzept weil es ja auch um einen film geht wo gefahren wird insofern war das ganz witzig ach so ja gut und unser zubi ja da kommt rum wird rumgereicht total ich meine bei dem beiden bietet sich an weil dass die rumgereicht werden weil die wohnen ja wirklich nicht weit voneinander entfernt also das ist ja okay dass die rumgereicht werden geil ne fand ich auch cool ich habe mich dann zwischenzeitlich gefragt ob ich das auch cool fände wenn ich die beiden nicht kennen würde und habe ja schon sind ja schon ganz sympathisch oder auch seien natürlich sind die sind natürlich ein bisschen sympathisch aber eben es ist halt schwer das zu trennen weil wir die ja beide mittlerweile schon recht gut kennen und ja habe versucht das so ein bisschen zu abstrahieren bin dann zwischenzeitlich zu dem schluss gekommen dass ich glaube wenn das denn wenn das jetzt so eine rom-com wäre und wir die rezensieren würden hätten wir glaube ich gesagt die chemie zwischen den protagonisten ist ausbaufähig die ist ausbaufähig würdest du sagen ja aber aber klar ist das unterhaltsam ja und ich habe mich gefragt wie das ist wenn man die beiden nicht kennt ja gut aber dafür dass sie sich zum ersten mal jetzt gesehen haben zum ersten mal was gemacht haben ging das voll klar fand ich so also alessandro ist ja immer so glaube ich wenn wenn er irgendwas neu macht und jetzt zum beispiel aus dem auto aufnehmen ist ja immer so ein bisschen so ein bisschen nervös ist das so ja merkt man glaube ich auch so also finde ich nicht dass man das gemerkt hat ich glaube wenn du wenn du dir mal gucken mal anguckst wo er so zum 700 mal hat alleine irgendwie seine show da moderiert da ist er schon ein bisschen lästig unterwegs und spürt sein espresso und gähnt auch mal und so aber da hast du nicht gesehen dass er gegähnt hat weil er sauggeregt war hallo multitasking fährt ja auch noch auto parallel aber es ist man wird ja sowieso warm mit verschiedenen leuten wo man am anfang erst mal gucken muss wie der lichmi ist du fandst ja auch ein paar von unseren gästen fand waren ja auch am anfang suspekt sind sie immer noch hallo sind sie immer noch ja ich weiß zum beispiel jetzt haben wir ja aktuell die filmfressen zu besuch gehabt und am anfang fand es ja peter ein bisschen weil der ist ja so ein bisschen der zerstreute professor wie bei zurück in die zukunft wie bei weißt du so habe ich ihn ja verglichen ich fand es ja immer ganz cool dass er so abdriftet und dann nicht mehr weiß was er sagen will und so sehr weit ausholt und so war ja selber ja sagt er holt sehr weit aus und so und ich fand es ja am anfang von unterhaltsam und du bist ja immer einer komm doch mal zum punkt junge weißt du so wie bei mir so wenn ich irgendwas wenn ich irgendwas zu einem los sage sagst du komm doch mal zum punkt nicht so mal vor was davor steht und da habe ich das gefühl so nach drei vier fünf aufnahmen bis kommst du dann doch warm mit den leuten wo dann einfach sagst du boah ja okay das könnte schon ein bisschen schneller vorangehen und so und dann irgendwann sagst du ja es hat peter ja peter sagt ja selber dass er sich bei manchen ausschweifungen sehr viel zeit lässt eben aber es nervt dich halt nicht so wie beim ersten mal wenn die leute halt wenn man die leute kennenlernt ich war jetzt auch nicht schwer genervt nein also wirklich aber ich meine bei paar sachen kommt man halt rein und so ist vielleicht auch mit dennis alessandro also bei dem bei dem dritten mal wenn ja ja ich sag ja nicht dass das kein potenzial hatte ich wer jetzt null chemie hat ist hakan und alessandro also die beiden alter die funktionieren aber gar nicht in kombination ja ja aber auch da können wir darauf hinweisen weil da war gerade unser kumpel mo zu gast also auch da connect war irgendwie kreuz und quer die leute weil mo war nämlich bei wir quatschen über film und hat mit alessandro und hakan da ein episöchen aufgenommen ja ja wo ich entsetzt wieder feststellen musste wie stolz hakan erzählt dass er seine ganze streaming dienste gekappt hat und dass er jetzt nur noch so eine probe streaming geschichten macht wo er irgendwie einen monat umsonst filme gucken kann und dann da aussteigt weil er hat jetzt nur das und das und zahlt jetzt nur irgendwie hat sich ein limit gesetzt von 4 euro 25 im monat für streaming okay und eigentlich wollte er die blu-ray von poor things kaufen aber hat jetzt gehört dass der auf disney rauskommt und ich denke mir nur so digga du verdienst aber deine leidenschaft ist podcasten du redest über filme du propagierst filme dann darfst du nicht stolz erzählen dass du kein geld für streaming dienste ausgibst und dass du eine blu-ray nicht kaufen würdest weil die blieb sonst kriegst und du darfst dich auch nicht über kinopreise beschweren oder über sonst was weil man muss halt ein bisschen für seine leidenschaft auch mal ein paar euro springen lassen dass ja das fand ich irgendwie keine ahnung ich würde das so nicht machen guck mal der ist mehrfacher familienvater der hat einen job alter das ist die einzige entschuldigung ist so wie hoffi als der arbeitslos war dass er gesagt hat ich kann mir nicht für 30 euro irgendwie so eine steelbox blu-ray kaufen das entschuldige ich aber nicht wenn du einen job hast weißt du was kinder kosten digga da mach kein podcast ja da mach kein mach halt kein podcast augen auf bei der berufswahl ist so selber schuld ist so digga ich will das von den filmleidenschaften will ich nicht hören von wegen so ja ich spare jetzt irgendwie weil die blu-ray für neun euro ist mir zu teuer das will ich einfach nicht hören wenn einer filmpodcast macht ja siehst du da habt ihr wieder den belegt dass wir hier das meiste was wir über supporter reinnehmen irgendwie versuchen anderweitig wieder unters volk zu bringen also mit der bereicherung wird das ist so nie was ich habe diese scheiß amazon channels gebucht für drei euro im monat alter seit zwei jahren ich habe da keinen einzigen film vorgesehen zwei jahren clever zum auftragsfilm das ist jetzt wieder wie der halt fürs fitnessstudio jahrelang nicht einmal hingeht das jetzt die negativ variante aber die gängigen streaming dienste kann man sich schon mal zulegen wenn man über filme berichtet ja klar und amazon brauchen dringend geld also ja auf jeden macht es mal keck alter nein aber geht ins kino und das ist ja schon auch gut dass da hin und wieder filme gibt die es dann schaffen ja meine ich ja also gerade fürs imax alter ich bin auch also ich finde es ja auch immer wieder krass was du da an einem abend lassen kannst für ein fucking kino bis ich meine das hat ja auch grenzen es gab ja irgendeinen film wo die mal irgendwie 25 euro oder so haben wollten überlänger und der letzte aber im imax da war es ja der war die 30 euro ran da da sagen wir dann auch so okay man kann es auch übertreiben da folgenden wir auch aber aber zu sagen jetzt wesse also jetzt generell irgendwie oder auch so wenn ich podcaster sehe habe ich ja schon mal erwähnt hier die auf so einem komischen mini fernseher irgendwie ihre filme rezensieren so ja ja augen auf bei der berufstuhl wie du so schön sagst das ist so ja gut das ist aber da stelle ich dann eher ich glaube nicht dass das so ein sparmodell ist das ist dann eher für mich eine mentalitätsfrage also wie inwiefern willst du diesem film gerecht werden indem du ihn halt möglichst in einem möglichst passenden szenario konsumierst ja und wenn das für manche leute halt das iphone ist und tun nie mehr leid aber das ist dann soll ja auch jeder für sich entscheiden da habe ich auch nichts dagegen aber auch hier wieder aber dann höre ich mir einen podcast nicht an weil dann dürfte keine film podcast machen das ist schon logisch weil das sind das ist dann wieder also das sind dann für mich so zwei paar schuhe ob du das jetzt privat konsumierst wie du willst fein aber aber als jemand der sich ans mikrofon setzt und weiß und dann über diese filmen berichtet und erzählt wie wie geil das world building ist aber seine oder wie schlecht das world building ist aber seine filme auf dem iphone guckt klar habe ich dann absolut ich auch nicht ist ja dann aber sagt er dann auch eher was über die leute aus die das konsumieren und gut finden also weil das scheint dann ja da nicht mit rein zu spielen naja da bin ich zu sehr film fan sollte dann schon das bestmögliche erlebnis sein was man da irgendwie und für manche reicht halt wenn man du aber ich habe neulich eine statistik gelesen da wurde eine umfrage gemacht bezüglich eben kinobesuche und die bereitschaft ins kino zu gehen und da kam unterm strich knapp gesagt raus dass zwei drittel der leute warten würden bis er im streaming ist also die stadt ins kino zu gehen ja da sind die streaming dienst aber auch zum teil selbst schuld weil sie die film ja teilweise richtig zeit nach ausboxen so zwei wochen später ist der film richtig und dann denken sich ja viele ja mein gott dafür habe ich nicht auf und so ist jetzt aber auch halt die frage ist ein stück weit lässt du den leuten ja die entscheidung ob sie ins kino gehen oder den dann zu hause gucken und die leute ziehen es eben vor deswegen ist du kannst den leuten wie netflix und co ja nicht vorwerfen dass die kein bedürfnis haben die menschen umzuerziehen indem sie die sachen erst sehr viel später bringen das ist ja ich meine die haben ein geschäftsmodell das ist ja die entscheidung der leute die man anzweifeln oder in frage stellen müsste ja aber das geschäftsmodell stell ich an und frage weil du hast ja früher auch die videotheken auswertung gehabt und die kam ja ein halbes jahr acht monate später nachdem der film im kino lief das heißt die leute wollten nicht sechs monate acht monate warten um jetzt den neuen jun zu gucken ja und ich verstehe nicht ganz die politik dieser streamer die sagen so ja wir bringen halt zwei wochen drei wochen später den film in unserem stream weil es würde doch die kinotickets ankurbeln wenn man da einen größeren abstand zwischenhält ja aber da dient ja das eine das andere was sind die früher waren die filme länger im kino demzufolge hatten die da schon mal mehr zeit und dann hat es natürlich auch eine ecke länger gedauert bis das alles auf video rauskam weil es aber auch ein halt ein anderer prozess ist logischerweise musst du die ganzen kassetten erst mal auch produzieren und so weiter naja klar aber mal abgesehen davon hat das ja auch funktioniert ja aber gerade ja klar das ist ja jetzt auch der plan nur wie du schon sagst dadurch dass es so zeitnah ist und halt eben auch mittlerweile ja gerade was optik angeht und so für viele ist das dann eben kein unterschied mehr und ja das sind natürlich primär die leute die eher selten ins kino gehen weil ich meine wir wir machen es ja sogar bei manchen filmen die zeitgleiche erscheinen also ich meine maestro ja genau der kam auf netflix raus und wir sind trotzdem ins kino gegangen und wollten uns den dort angucken und ich meine das ist eine mentalitätsfrage weil unterm strich ist es nämlich genau das du könntest die filme zeitgleich rausbringen und dann guck mal wer entscheidet sich fürs kino und wer fürs streaming weil da würden wir auch bei sehr vielen filmen sagen ja mein gott dafür brauche ich nicht ins kino gehen ja das auf jeden fall ist ja auch okay dass man die wahl hat aber ich meine rein vom geschäftsmodell her würde ich sagen kann ich manchmal nicht nachvollziehen warum auf diese kinoauswertung verzichtet die haben ja so eine sachen wie die verzichten ja nicht das ist ja das ist ja ein erfahrungswert den die haben wenn der film in den ersten zwei wochen nicht das macht was die sich ausrechnen dann dann lohnt sich die dritte und die vierte woche auch nicht aber es gab so bestimmte filme gerade du hast ja wen die im zuge der ausgas jetzt so pseudomäßig ins kino gebracht werden damit die für den für die awards in frage kommen das ist wieder was anderes ja aber wo ich mich dann frage warum laufen die nicht regulär im kino weil vielleicht das publikum drei vier wochen lang diesen film sehen will weißt du und weil vielleicht das publikum da ist und dafür ins kino gehen würden unabhängig davon streamen naja aber die machen ja drei tage und naja aber die machen ja marktforschung und so das die haben ja erfahrungswerte mit sowas das sind aus unserer sicht natürlich manchmal stranger entscheidung aber rein wirtschaftlich gesehen für die ja nachgewiesenermaßen sinnvoll deswegen ist ja auch die kluft immer größer geworden zwischen zwischen blockbustern und kleinen filmen klar ja und deswegen sagen ja dann auch hier man wie hieß er der von american fiction corndorne irgendwas ich krieg seinen namen nicht mehr zusammen aber der hat ja in seiner tage corndorne heißt der glaube ich nicht nein jefferson irgendwas aber der vorname keine ahnung ist ja auch latte da sind wir wieder ganz am anfang namen fallen einem nicht ein und der hat das war aber auch sein debüt muss man schon auch zu unserer verteidigung sagen das war sein absolut erster credit davor nichts anderes gemacht aber der hat eben genau das gesagt in seiner danksrede er leute bevor ihr ein 200 millionen film macht macht halt irgendwie 20 10 millionen ja fand ich auch cool und sympathisch und das ist halt dieses segment ist halt nahezu ausgestorben in der budgetgrößenordnung und das deswegen ist es halt eine wirtschaftliche entscheidung nur noch leider nur noch ja weil ich würde es ja geil fallen wenn jeder film im kino lief ja natürlich und früher haben ja auch studios da war ja primär das geplant vor video und so konntest ja auch gar nicht groß anders und da haben studios ja auch schon genau so kalkuliert da gab es halt diese diese flagpole projekte wo es hieß okay mit denen müssen wir unsere kohle machen und dann haben wir aber eben auch ein großes segment von filmen wo wir wo es okay ist wenn die gerade mal das einspielen was sie gekostet haben weil das eben dann für liebhaber oder für die kunst und sonst was ist oder weil es eben auch so ein überraschungshit werden könnte wie es ja dann auch oft war aber dieses risiko das wurde halt immer mehr minimiert und jetzt sind wir halt da gelandet dass es 200 millionen film ist der muss funktionieren und sonst haben sie gleich ein riesen problem ja klar und ansonsten gibt es halt kleine arthouse-filme die haben nicht da selber ein bisschen druck gemacht komödien der komplett irgendwie ausgestorben kino ganzes genre wirklich begraben das funktioniert ja nur noch nicht besonders hat funktioniert ja nur noch über streaming also hat sich schon hat sich schon ein bisschen was entwickelt aber guck mal wie das mit der kino zukunft aussieht ja aber umso geiler finde ich dass das die leute die uns hören also die meisten die uns so feedback geben da kriegen wir schon auch mit die teilen diese leidenschaft die gehen auch gerne ins kino und bei den entsprechenden filmen lässt sich das auch dann kaum jemand nehmen eben den im kino zu sehen und ja für euch machen wir das genau und die sind ja teilweise auch angeregt filme die wir hier rezensieren außerhalb vom kino irgendwelche älteren sachen also hier unser kumpel snake hat sich dann extra sleep tight angeguckt weißt du nachdem er unsere rezension gehört hat damit er sich das spoiler kapitel auch anhören kann und so eine sachen und fabster ist auch einer der sich meistens dann erst mal so also so rezension gibt und sich dann die filme anguckt extra dann so frisch um sich dann die rezension anzuhören und so eine sachen also macht ja denn es auch glaube ich hat er gesagt ist schon interessant ja voll gut dabei versuchen eigentlich die rezension so zu gestalten dass er nicht zwangsläufig die film gesehen haben müsst nö aber ich meine so ist uns das wahrscheinlich am liebsten also wenn wenn ihr dazu so mit macht dass ihr das gleich auch alles sehen wollt ja das ist ja auch der grund warum wir die auftragsfilme ankündigen und was sind auftragsfilme das sind filme die euch bei patreon und steady wünschen könnt wenn ihr da nämlich die bannhausen finanziell unterstützt monatlich dann gibt es da verschiedene pakete und im höchsten paket dürft ihr auftragsfilme aufgeben die wir dann im nächsten monat für euch exklusiv rezensieren zerreißen oder in den himmel heben je nachdem dafür übernehmen wir keine gewehr aber zumindest sind die filmideen auf eurem mist gewachsen dann gibt es sonderepisoden die jeden sonntag rauskommen um 18 uhr da gibt es noch mal da gibt es noch mal ein sonderepisod ein drittes episodchen banausen pro woche dann gibt es ein los paket wo wir monatlich zwei filmen minimum rausziehen aber auch öfter mal so eine zehner extra zierung die wir dann abarbeiten oder irgendwelche extra zierung hat mir auch schon zwischendurch also sind minimum zwei lose monat es können auch mehr sein und dann gibt es im niedrigsten paket für drei euro schon seit hier am start gibt es tabelleneinsicht und da könnt ihr sehen welche filme waren wo rezensiert worden sind von wem in welcher folge das kann bei über 3000 rezensionen auch nicht schaden dass man da ein bisschen überblick kriegt ja also wenn ihr bock habt guckt da rein und wenn ihr keinen bock habt irgendwie bei patria zu unterstützen dann sind wir natürlich auch offen dass uns bei paypal irgendwie was überflankt da sind wir auch fein mit bewegt banausen at gmail.com ist unsere paypal adress auch da hat uns mal einer 20 rüber geflangt und dann haben wir ihm mal irgendwie zwei losfilme oder so gegeben oder könnte ich auch für monat mal ein auftragsfilm kaufen und da sind wir eigentlich offen also es muss jetzt nicht was daddy und patria laufen ihr könnt uns auch zwar nie vor die tür legen haben eigentlich kein thema mit so lange wissen von wem der ist ja weiß nicht ob es mit dem aufwand da jemand bock hat aber ja hast du sehr schön erklärt ja das war quasi der der patron oder der supporter teil ja müssen wir mal ab und zu mal hier aufrufen und diese auftragsfilme lesen wir auch in der letzten episode des monats immer vor was jetzt im nächsten monat kommt und das hilft natürlich beim mitgucken wenn die leute irgendwie bock haben da die filme auch mal frisch nachzuholen oder zum ersten mal zu gucken über die wir dann in zukunft reden und zwei aus der liste haben wir diesen monat haben wir jetzt in dieser folge auf jeden fall am start natürlich auch heute wieder auch heute wieder auftragsfilme richtig zwei auftragsfilme ein für ju und der andere war für dennis den dritten ja der nachbar von unserem azubi und die hacken wir heute ab aber wir fangen erst mal mit unseren eigenen projekten an ja und ich dachte du legst los genau ich lege los ich dachte ich rede mal über eine serie und zwar würde ich gerne über die zweite staffel von twin peaks reden es war natürlich war natürlich nur ein scherz wer war jetzt lustig gewesen groß angekündigt wäre cool gewesen oder guter guter sammel dafür ja ich dachte gerade wo ich dennis erwähne mache ich mal den classic day und grätsch mal dazwischen habe mir auch die erste staffel nicht angeguckt habe mir einfach nur die zweite staffel angeguckt um jetzt einfach mal so random irgendwie rein zu grätschen einfach um es kaputt zu machen einfach um es kaputt zu machen ich habe die auch nicht komplett geguckt ich habe nur drei folgen gesehen aber ich rezensiere jetzt mal muss reichen grober scheiß tschüss ja und habe auch nicht aufmerksam zugeguckt sondern ich habe nebenbei halt noch so ein paar sachen gemacht habe meine steuererklärung geschrieben aber ich rede jetzt mal über twin peaks das besonders schön oder wenn man so als fan einschaltet weil man sieht da geht so twin peaks und einer sagt ja ich habe sie mir nebenbei angeguckt ich fand es nicht so geil und habe auch nach der dritten folge ausgemacht es gab ja die eine oder andere serie wo ich hier reteniert habe die ich nach sechs sieben folgen dann wo ich keinen bock mehr hatte aber gut twin peaks sollte dann schon mehr aufmerksamkeit entgegengebracht werden die mag ich ja nee es geht nicht um die serie es geht um film und ich sag mal so ich habe ein paar filmen gesehen die nicht so nach meinem geschmack waren jetzt so in den letzten zwei drei wochen ja und deswegen brauche ich meinen wo ich weiß dass der nach meinem geschmack ist und es gibt einen mann ein filmemacher der leider muss ich sagen erst zwei filme gedreht hat und die waren beide aber verflucht stilsicher und das eine war ein kammerspiel so eine art sterbe drama und das zweite ist ein düsteres beast von film über den ich jetzt rede und warum ist dieser herr so stilsicher das liegt sicher auch daran dass der auch fotograf und modedesigner ist und auf den namen tom fort heißt hört und der film über den ich rede heißt nocturnal animals aus dem jahr 2016 und das ist ein film der entstanden ist nach dem buch tony and susan von austin wright und dieses buch ist 1993 rausgekommen also hat über 20 jahre gedauert bis der film dazu entstanden ist und über den rede ich jetzt und den hast du auch gesehen und wenn ich mich recht eine fand sie den ganz gut der fand ich sehr gut fand sie sehr gut richtig krass und ich gehe davon aus dass du dass du single man auch gut fandest den anderen schon von ihnen brauchen starker starker schauspieler film auf jeden fall mit colin firth und wie heißt er denn der bursche sind wir wieder mir wäre jetzt auch nur colin firth noch eingefallen ich weiß gar nicht wer da noch mitspielt na hier der aus fantastische tierwesen und so spielt doch den jungen liebhaber von ihm ach so ja mhm alter das gibt es doch nicht nein oh wow die fällt es auch nicht ein ja ich habe die fresse so krass vor mir gerade jetzt ja ja klar hier nicht wahr sein danish girl und so danish girl ja der hat doch hier jetzt fällt mir nicht mal der typ an der im rollstuhl sitzt alter der gespielt hat was ist jetzt los wir nehmen nicht mehr nach dem wochenende auf ist das letzte mal dass wir eine montag aufnehmen alter okay wow aber du weißt schon ja man das gibt sie mit dem sprechgerät ja der mit dem sprechgerät okay das ist wirklich peinlich alter dass mir beide jetzt nicht einfallen weder der schauspieler noch so hawking steven hawking man danke und er hieß ich komme noch drauf ich brauche bei sowas ach du googelst nicht nee nee okay alles klar ja erzähl mal weiter ich habe daniel redcliffe und andrew garfield ja ich habe gerade ich kriege gerade den namen ben wisher nicht aus meinem kopf alter aber man wie hieß der unfassbar erzähl mal weiter gut ich erzähl mal weiter also tom ford lässt uns direkt mit der anfangsszene sehr unwohl im sitz rumrutschen weil wir sehen der film steigt ein mit einer kunstvorführung mit recht mehrgewichtigen älteren damen die nackt so in zirkus uniform auf podesten tanzen und nackt in zirkus uniform na ja die haben halt die sind halt nackt du siehst die brüste du siehst halt alles was dazu gehört aber die haben trotzdem irgendwie so ein so einen kleinen blazer an und irgendwie eine mütze ist man nicht nackt wenn man eine mütze auf hat willst du jetzt bei der grundsatz diskussion direkt einsteigen genau machen wir das mal kompliziert man sieht die brüste aber man ist nicht nackt weil man hat eine zirkus mütze auf und blazer und wenn du weißt wie groß diese damen sind dann weißt du auch dass der blazer relativ verschwindende fläche einnimmt vor diesem vor diesem körper definitiv und ich weiß noch ich saß mit einer freundin im kino mit der ich damals diesen film gesehen habe und das war schon unangenehm und da haben wir uns schon angefangen nach so okay was ist das für ein film und dieses unwohl sein hält er halt durch den ganzen film aufrecht das hat tom ford schon richtig gut gemacht dazu muss man sagen der typ lichtet normalerweise victoria secret models ab und der steigt hier mit so einer szene ein weißt du wo alles andere zu sehen ist als ein victoria secret model und diese kunstausstellung wird geleitet beziehungsweise diejenige die da das sagen hat und auf deren misters gewachsen ist ist unsere hauptfigur und die heißt susan morrow und susan morrow wird gespielt von amy adams die ist wie gesagt galeristin die ist sehr vermögend trägt schicke kleider hat ein super fancy haus aber ihre ehe ist ziemlich erkaltet und der e-man wird gespielt von amy hammer hier noch aktiv das hätte ich auch nicht mehr gewusst nee das war für mich auch auf jeden fall überraschend weil den hatte ich nicht mehr auf dem schirm und man sieht schon irgendwie dass die beiden nicht mehr so richtig dass da keine liebe mehr dass das alles sehr sehr wie gesagt erkaltet ist und dass das mehr so routine in die routine übergeleitet ist wir erfahren auch dass sie von 19 jahren eine beziehung geführt hat zu einem edward und diese beziehung hat sie beendet dieser edward wurde und wurde gespielt von jake gillenhall und sie hat das damals begründet weil sie gesagt hat der typ ist schriftsteller aber der war ja nicht ambitioniert genug hat hat irgendwie nichts auf die reihe gekriegt und hat hat immer nur geredet dass er irgendwelche bücher schreibt hat aber nie bücher geschrieben und das war damals für sie grund genug dass sich jemand gesucht hat der halt irgendwie erfolgreich ist und das ist eben das hat zu dieser ihr geführt mit amy hammer der hat eine erfolgreiche geschäftsmann ist aber halt ein arschloch und betrügt sie halt und also so richtig glücklich ist sie mit dieser entscheidung nicht geworden und plötzlich aus dem nichts kriegt sie von diesem besagten edward ein manuskript zugeschickt und das ist ein vollendetes buch und sie kriegt praktisch die erste ausgabe so nicht als buch gebunden sondern halt tausend seiten die irgendwie zusammengepackt worden sind zum lesen und sie schlägt die erste seite auf und sieht das buch ist ihr gewidmet und dann fängt sie an hat das buch zu lesen und jetzt haben wir so eine art film im film weil wir sehen im film natürlich die pov von ihr weil sie projiziert ja gesichter und menschen auf die jeweiligen figuren rauf und deswegen haben wir so ein bisschen so ihren einfluss in die handlung des buches und zwischendurch sehen wir aber auch immer wieder eine gegenwart wie sie das buch weglegen muss weil sie total fertig ist oder weil gerade eine szene kommt die sie schockiert und jetzt tauchen wir praktisch in das buch ein und der hauptcharakter ist in dem fall ihr ex edward gespielt von jake gillenhall der auch ihren ex im richtigen leben spielt und die frau in diesem buch von edward ist zufällig auch rothaarig und wird zufällig auch gerne mit amy adams verwechselt das ist nämlich isla fischer der sie spielt die sie spielt und wir sehen jetzt die story des buchs also wir sehen ein ehepaar mit ihrer teenager tochter die sind auf dem highway unterwegs es ist dunkel es ist nacht und irgendwann auf dieser verlassenen strecke sehen die hat vor sich sind halt so zwei autos die sich halt nicht durchlassen ein auto fährt auf der linken spur das andere auto fährt auf der rechten spur und die wollen halt irgendwie vorbei und die lassen die nicht vorbei und die wollen irgendwie keine ahnung er hupt irgendwie und gibt irgendwie lichthupe und versucht zu signalisieren dass sie vorbeifahren wollen und die denken aber nicht dran irgendwann schlängeln die sich dann vorbei und dann nehmen die anderen autos die verfolgung auf also es ist irgendwie eine sehr unangenehme situation und irgendwann werden die gerammt von dem auto und das endet damit dass die mit einem platten dann am straßenrand stranden und diese beiden autos bleiben dann stehen und herauskommen so halbstarke so richtige hillbillies also rednecks die die dann anfangen zu dransalieren aufs übelste und die sagen so ja wir wollen hier keinen stress haben und so wir fixen einen reifen aber es ist alles so weißt du die sitzen halt im auto die tochter kriegt halt panik und so und das ist eine wirklich sehr unangenehme situation das ist auch richtig krass inszeniert und dann fixen die halt den reifen und sagen aber ja wir müssen aber trotzdem den unfall melden so wir müssen jetzt zur nächsten polizeidienst stelle und müssen den unfall melden wieso alles klar wir fahren euch hinterher und da sagen die so ne ne so läuft das nicht die fährt uns nicht hinterher weil ihr fährt davon oder sonst was sondern du fährst bei uns im auto mit da sagt er das mache ich nicht und sagt okay alles klar dann nehmen wir deine frau und deine tochter halt bei uns mit ins auto und das machen die dann auch gegen den zwang von also gegen gegen den willen von von edward und dann kriegt der also edward kriegt dann natürlich komplette panik einer von diesen rednecks fährt dann mit ihm im auto mit und lossehen wo er denn hin muss und jedenfalls verliert er dann diese tochter und diese mutter aus den augen und diese ganze situation in diesem auto wie das inszeniert ist springt er noch immer wieder zu emi erinnern wie sie in dem buch ist weiß wie sie in dem buch liest zum beispiel und dann ihre brille weglegt und das buch weglegen muss und total fertig ist und komplett außer puste weil sie so mitgenommen ist von dem was sie was sie sieht und was sie mitbekommt und dann springen wieder zurück in die story und dann schafft es halt irgendwie der hauptcharakter in dem film also jack jillenhall schafft es dann irgendwie durch die wüste alleine zu so einem sheriff department zu gehen weil es dann immer irgendwie so ein verlassenes haus also er läuft erstmal eine ganze weile bis die gegend ist komplett verdostet und ausgehungert ist verletzt und ich will jetzt nicht auch jedes detail beschreiben was da passiert ist aber er landet dann mit dem sheriff und dieser sheriff hört sich an was er zu sagen hat und er meinte er weiß nicht um wen es hier geht und sind natürlich wenig anhaltspunkte die hier zustande kommen und warum haben sie denn nicht einfach die polizeidaten aufgeschrieben von ihm und so so wie er es gesagt hat und hat so ein bisschen also die schuldfrage da so ein bisschen in frage gestellt jedenfalls hat er dann diesen fall weitergegeben an ein veteran einen anderen sheriff namens bobby andes und bobby andes wird gespielt von michael shannon der oscar nominiert für nocturnal animals übrigens und der ist schon schwer krank hustet steht hat vor kurz vor beendigung irgendwie seiner karriere bei der polizei und hat nicht mehr so richtig viel zu verlieren deshalb ist selbstjustiz für ihn auch gar nicht so tragisch um es mal so zu formulieren und soweit würde ich jetzt erzählen was die story von nocturnal animals angeht und das ist super krass verwoben diese diese b story also diese diese meta story praktisch aus dem buch mit den realen eignissen im film weil natürlich hatte sich edward was gedacht dass er dieses buch geschrieben hat und er hat sich umsonst seiner ex gewidmet weißt du und er schickt ihr dann eine e mail so von wegen so pass auf ich bin dann und dann in der stadt wollen uns nicht mal treffen und sie sagt sofort ja weil die hat keinen bock auf ihren ehemann oder ihre ehe und sie weiß dass sie betrogen wird von ihm und jetzt klingelt ihr alter schwarm an weißt du wo sie sich halt hässlich getrennt hat von ihm und denkt ja dass sie da halt wieder anschließen kann und so und deswegen gibt es am ende halt auch eine psychologische szene die halt nicht so gewaltvoll wie in dem wie in dem buch inhalt dargestellt ist aber auf psychologischer ebene auch super funktioniert das heißt es geht ja wirklich um verletzungen die ein menschen dem anderen irgendwie zufügen kann und zwar einmal auf psychischer ebene und das ist super interessant gedreht und zudem extrem geil gespielt weil wir haben noch weitere namen cast die man erwähnen sollte laura linney spielt die mutter von von susan dann haben wir noch miche schien wir haben andrea riceborough die noch mitspielt und ein absolutes highlight der typ der so ein bisschen leader of the pack ist von diesen randalierenden jugendlichen von den ratings das ist aaron taylor johnson ja mann und er spielt den mega weil er ist einerseits sehr charismatisch und smart und so also das erste mal dass zum beispiel der sheriff hier gespielt von michael shanning aussucht sitzt er halt auf so einem außenklo vor seinem haus der hat sein klo vor dem haus praktisch auf der veranda so weißt du wo andere im schaukelstuhl sitzen und da ist er erst mal am scheißen alter als der sheriff ihn aussucht und er meint so ja zieh dich mal an und er soll da was los ich sitze auf meinem klo und so hier übrigens ungewöhnlich weil aaron taylor johnson hat den golden globe gekriegt für diese rolle ungewöhnlicherweise wurde aber nicht für den oscar nominiert und das gab es zuletzt 1975 dass jemand zwar den golden globe gekriegt hat aber das nicht in der oscar nominierung gemündet hat das war nämlich richard benjamin für the sunny boys also es ging richtig viele jahre ins land dass das irgendwie dass das noch mal passiert ist was gibt es okay ja gibt es doch immer wieder mal nicht in den nicht nicht in den nebendarsteller und hauptdarsteller oscar kategorien also wir hatten es ja neulich bei jim carrey noch davon dass der für man in the moon den golden globe gewonnen hatte und nicht oscar nominiert war ja also hier ist es hier geht es um die nebenrolle bei man in the moon ist natürlich die hauptrolle und bei der nebenrolle hieß es irgendwie dass die letzte war 1975 bei der das zutraf okay weil ja also nicht um die golden globe nominierung sondern es geht wirklich um die linien gekriegt haben ja und das ist verdammt verflucht guter film nocturnal elements also dazu muss man sagen dass tom ford mit den kostümen hier nichts zu tun haben wollte weil er natürlich keine erst designer der wollte hier keine tom ford modenshow draus machen klar deswegen hat er das komplett irgendwie sein seinem department für kostüm design und so hat er das überlassen und die haben dann natürlich auch für diesen stil in diesem film gesorgt weil das ist natürlich alles anders glamourös sondern wir sind hier eine abgefuckte wüste wir haben irgendwelche rednecks weiß es ist alles dreckig so und unser familienvater der einfach noch recht unbehelligt ist wird in eine ja wird so in bestimmte szenen reingezogen oder in bestimmte milieus mit denen er vorher natürlich nicht am guten nichts am hut hatte und auch er verändert sich charakterlich und körperlich und so und du siehst und jake jelenhard spielt das mal wieder genial ich halte ja echt eine menge von dem und bei nocturnal elements zeigt ja auch eine richtig gute facette so am anfang halt relativ ja das war ja auch immer ein film den ich als positiv beispiel aufgeführt habe wenn es um den herrn geht ja der ist wirklich super also ich mag den ja gerne und da hat er wirklich also hat schon intensive performances schon in der filmografie mit drin und das ist definitiv eine die du da runter auch packen kannst und die sind alle großartig hier amy adams army hammer so ein krasses line up ich hatte auch nicht mehr auf dem film dass andrea riceborough da dabei ist ja die ist auch dabei abgefahren die ist halt verheiratet mit dem schwulen michael schien und sagt halt so ja es ist halt nicht alles körperlich und so die haben halt andere qualitäten und so hin und her und und die leidenschaft lästert irgendwann nach und das hat sich bei uns erledigt weil es gab nie eine leidenschaft und deswegen führen wir so eine glückliche ehe sagt sie ja zu ihr spielt halt so eine künstler weil das hat so eine künstlerfamilie halt in der galerie am anfang also befreundet mit mit zu sind also jetzt nicht rollen die man sich unbedingt merkt ist auch wirklich nur in diesem einen segment zu sehen aber schon geil besetzt ja auf jeden fall naja ich habe den halt auch nur das eine mal gesehen jetzt bin ich echt gespannt ob sich das verändert hat weil das ist ja schon auch ein film ich glaube wenn man das schon mal gesehen hat dann kann man wahrscheinlich beim zweiten mal halt wirklich auf andere sachen achten ja ja schon krasses ding du hast tatsächlich bestimmte momente die du oder bestimmte segmente und bestimmte szenen wo sich tom ford definitiv was bei gedacht hat oder drehbuchautor der auch das drehbuch jetzt zugeschrieben hat weißt du und so aus der sicht des drehbuchautors und aus der sicht des regisseurs hat er hier schon so ein paar red herrings gelegt und die finde ich schon super interessant und beim zweiten mal hast du recht kann man so den fokus auf bestimmte sachen legen unter anderem auch was er mit diesem buch bezwecken wollte weil beim ersten mal weiß ja ich saß im kino und ich wusste gar nicht was mich da wartet ist ja diesen film und denkst du ja irgendwie war das ganz geil und jetzt beim zweiten mal was ja den definitiv noch mehr zu schätzen also es ist ein verdammt stilsicherer geiler film mal da also wurde auch damals für die rekordsumme von 20 millionen kann für die vertriebsrichter 20 millionen ausgeben für die vertriebsrichter das ist schon eine rekordsumme gewesen gegen an focus features also die haben schon richtig was geblecht um hier den film vertreiben zu können hat sich nicht wirklich finanziell gelohnt hat ein budget von 22,5 millionen insgesamt gehabt und 30,3 millionen eingespielt also war eine kinokasse kein großer hit der wäre heute auch deutlich teurer mit dem mit der besetzung definitiv aber ist auch kein ist kein zugängiger film also ist weder ein film also für die artos leute ist das wahrscheinlich so die sehen die großen namen so und denken so ja nee interessiert mich nicht für ein date movie ist das viel zu düster die ganze thematik ja klar man weiß nicht richtig was ist hier die zielgruppe so es sind wahrscheinlich die film fans die sich den dann angucken aber also ich würde mich freuen wenn der noch weitere filme dreht weil ich glaube also so den fandst du auch großartig so gut wie den nee nee okay das war hier schon mehr meine baustelle also nicht so gut wie den aber geiles schauspielgene das war das war schon der film wo ich gesagt hat der colin forst ja ja das ging mir auch so potenzial das war auch der erste film wo der mir so richtig aufgefallen ist oder weil ich meine davor fand sich der immer ganz cool und so weißt du und ja colin forst halt so und hier schauspielerisch war ja auch glaube ich oscar nominiert ja der oscar maker ja 116 minuten nocturnal animals aus dem jahr 2016 ja würde ich schon auch gerne mal wieder gucken aber ich glaube schon also das publikum ist wahrscheinlich schon noch alle die thriller gut finden und da gibt es ja schon verdammt viele aber es ist kein klassischer thriller ne nicht klassisch aber es ist halt wirklich was was super spannend gemacht ist ja das anders ja das stimmt deswegen also selbst wenn jetzt leute sagen ja ich gucke mir nur konventionelle thriller an dann bilde ich mir ein dass die hier trotzdem gefesselt würden ist das ja unterm strich ist es eigentlich ein drama und es geht um diese lawine die ausgelöst wird durch so einen durch so einen sekunden moment weißt du auf diesem freeway und erhubt halt und dann eskaliert hat alles ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht crash nennen oder la crash als beispiel aber auch das ist ja kein thriller sondern da geht es ja auch mehr darum was entstehen kann wenn irgendwas passiert weißt du so dieser butterfly effekt und so ähnlich funktioniert noch aktuellen animals aber das geile ist halt wirklich diese ja aber der ist ja schon sehr düster hier ja der ist düster und ich finde diese meter eben halt geil dass das eigentlich nur in diesem buch vorkommt so krass hier eigentlich in diesem film abläuft aber du siehst dass sie richtig mitgenommen wird durch die story so wie der zuschauer ja auch mitgenommen wird durch die story obwohl er weiß dass alles fiktiv und das ist ja deswegen ist das auch ein schönes stilmittel weil das ja ein film im grunde ja das gleiche mit dir macht so dass also der film zeigt dir was passiert aber das was es bei dir auslöst machst du halt im kopf und das ist mit einem buch nicht anders das ist natürlich schon geil hat halt hier so eine zusätzliche ebene ja muss dann doch staunen dass der nicht so toll also nicht so mega weg kommt jetzt in der bubble also viele haben ihn gesehen aber echt jetzt da ist der überall so bei dreieinhalb und so ich denke das wird dem film nicht gerecht also der ist viel besser als das ja ja krass jo das nocturnal animals und ich komme zu den punkten imdb 7,5 metascore 67 ist auch nicht so stark wie ich jetzt mir gewünscht hätte das ist jetzt super schwierig jetzt geht die radrunde los ja weil das kann jetzt mal wieder alles zwischen 8 und 10 sein wobei nicht erst für acht klangst du wirklich zu begeistert schließt aus ja ja schon pass auf ich sag 10 dann komm mal fünf okay ist dazwischen also war es eine richtige range aber das ist jetzt eines von diesen beispielen der kreper letterbox natürlich eine fünf sterne bewertung ach okay aber hier mit unseren feinen 0,5 nuancen ist eine 9,5 kurve ja ich habe bock den mal wieder zu sehen mach das mal ja das ist natürlich das ist das wie ich gesagt habe also ich habe also zwei drei filmen gesehen ich nicht so geil fände und dann zu einem komme ich auch später noch und da habe ich irgendwas gebraucht wo ich weiß dass ich den schon gesehen habe und ich weiß dass ich den mag insofern hatte ich schon hatte ich schon bock den mal zu also aus der erinnerung wäre ich auch bei 9 mindestens freut mich aber muss ich noch mal gucken ja freut mich aber dass er den auch mochtest damals so echt gutes schauspielkino ja coolio hat ja eben adams auch was für ein alter was für ein lauf weil das war das gleiche ja wie arrival also wir haben arrival nocturnal animals in einem jahr stimmt 2015 ne 16 16 okay ganz schön krass kann man schon mal machen für tom ford und für will neuf irgendwie vor der kamera stehen all right jetzt du ja aktueller film namens argyle aha okay aha noch was von meiner wunschliste wirklich ja ich finde es übrigens im nachhinein finde ich richtig mies dass du die mona rezensiert hast und mir nicht bescheid gesagt hast weil ich dachte wir hätten ich dachte wir hätten eine vereinbarung hier bezüglich losthof dass du wenn du filme rezensiert die im losthof sind dass du mir die chance gibst da mitzugucken aber hast einfach hast einfach darauf geschissen hast hast die mona der war im losthof ja ich habe es auch nicht mehr auf schwimmen gehört aber etenbaum hat uns daran erinnert dass er den losthof geschmissen hat aber und jetzt machst du bei argyle schon wieder ja aber der ist doch nicht im losthof naja gut der ist nicht im losthof voll blöffen super ja entschuldige etenbaum dass wir dich nicht erwähnt haben schönen gruß dahin ja gibt keinen ersatzfilm aber ich hoffe du hast dich gefreut kam ja gut weg ja aber hallo so argyle jetzt ja mal gucken ob das mit dem hier auch der fall ist also hast du wahrscheinlich auch schon ein bisschen was drüber gehört ja und ich der du lieb was filmografie vervollständigt natürlich weiß natürlich dass das ding gibt naja wir haben den trailer im kino gesehen und also was auf jeden fall passt ist dass dieser film von matthew warn ist weil ich finde schon im trailer trägt das sehr seine handschrift weil er es ja schon irgendwie geschafft hat mit der kingsmann reihe action auf eine art zu inszenieren die dann doch naja man erkennt es eben sofort schon eine gewisse handschrift und da passt argyle eigentlich schon auch mit rein so ein bisschen verwirrend finde ich dass hier auch leute beteiligt sind die man aus dem kingsmann universum kennt dann gibt es ja auch noch den ein oder anderen hinweis drauf und das ist aber nicht das gleiche universum und das wusste ich aber nicht bevor ich das recherchiert habe und das hat an der einen oder anderen stelle so ein bisschen für verwirrung gesorgt gute brücke von colin first gerade und tom ford dass du jetzt hier noch die kingsmann reihe erwähnst ja ja colin first ist nicht dabei erstmal noch kurz zu zu den machen matthew warn hat diesen film produziert zusammen mit claudia warn also das sind natürlich auch noch ein paar andere produzenten gelistet aber claudia schiffer heißt mittlerweile claudia warn ich kann mich noch erinnern bei den kingsmann film war ja noch als claudia schiffer hat sie seinen namen ja das habe ich auch noch nicht gehört dass sie seine nachnamen angenommen hat okay interessant die claudia ja und geschrieben hat das ganze jason fuchs oder keine ahnung wie man fuchs ist ja das alleine geschrieben elf credits pan hat er auch geschrieben mir diese neue adaption und wonder woman stand von dem und der hat tatsächlich 28 schauspiel credits also man kennt den schon auch vor der kamera ja und von dem stammt argyle und im oktober 23 hat matthew warn angekündigt dass der mit seinen marv studios jetzt hier sohn so ein eigenes spionage universum aufmachen will was dann aber auch schon miteinander verbunden sein soll also da sollen eben die kingsmann filme mit rein zählen und die argyle filme und noch eine bisher unbenannte dritte reihe und am ende sollte das sollen diese drei reihen dann in einem crossover enden also der wie gesagt der will ja sein eigenes spionage cinematic universe aufmachen und da eben jetzt hier die zweite hat halt das zweite fass aufgemacht deswegen also es soll schon irgendwann eine verbindung geben ich finde es dann nur halt unglücklich weil du hier eben leute hast die man in kingsmann teilen gesehen hat die hier aber halt eine andere rolle spielen deswegen finde ich das mit der verbindung dann halt so ein bisschen verwirren aber egal ja es gibt hat teilweise die gleichen schauspieler an seinem film dass das ja noch kann man das ja noch durchgehen lassen ich glaube ich meinst du meinst du meinst du meinst du glaube ich auch die gleichen schauspieler die zwei charaktere gespielt haben in verschiedenen filmen ist glaube ich auch ein zweimal vorgekommen ja aber ja mit absoluten nebenrollen ja jim und so war glaube ich einer davon der hat irgendwie naja der hat er einmal diesen wächter gespielt hat von dem dieser torwächter ne das war idris elba aber jimon hunso war bei bei stimmt war der bei guardians der ist auf jeden fall eine größere rolle im mcu ja der war glaube ich bei der war auf jeden fall zwei verschiedene charakteren okay ja aber ja kann verwirren ja gut jetzt geht es hier bei argyle um eine autorin namens ellie conway das ist unsere hauptfigur gespielt von bryce dallas howard die schreibt spionage romane und ist sehr beliebt und erfolgreich damit hat da jetzt auch schon ein paar teile geschrieben und ist jetzt halt an dem nächsten sequel dran und dann gibt sie gibt sie so eine lesung und wir sehen sie halt so wie sie als autorin gefeiert wird und irgendwann ist sie im zug unterwegs und dann setzt sich so ein bärtiger typ gegenüber von ihr hin und sie denkt schon wieder okay das ist irgendein fan weil er dann auch ihr ihr letztes buch hat und das liest und dann halt so nach ein paar sätzen dann so erkennt ach mensch sie sind die autorin krass und dann kommen die ins gespräch und er sagt in so einem nebensatz dinge die die wir als zuschauer wahrnehmen die sie so ein bisschen überhört aber die halt schon hinweis darauf geben dass sie jetzt anscheinend irgendwie in gefahr ist und dann kommt auch schon der nächste typ an hat auch ein buch was von ihr stammt und möchte ein autogramm haben und dem moment wo sie das unterschreiben will sehen wir dass er keinen stift hat sondern messer und sie halt attackieren will und dann greift aber der typ der ihr gegenüber sitzt ein und rettet sie aus der situation und macht das alles ziemlich lässig und da sehen wir schon also zum einen eine große action sequenz im zug wie er halt dann anfängt leute auseinander zu nehmen um sie aus dieser situation zu befreien und sie weiß halt gar nicht was abgeht weil sie ja plötzlich attackiert wird von irgendwelchen offensichtlich feindlichen spionen und jetzt da ein wie wir dann erfahren tatsächlichen spion an ihrer seite hat der sie halt beschützt und sie hat dann in diesem moment weil er hat sich mit ihr halt über ihre romane unterhalten und wir sehen auch schon zu beginn als sie diese lesung hält sehen wir immer wieder verfilmte szenen aus diesem roman sie beschreibt dann eben die handlung und dann sehen wir henry cavill und john cena wie er eben also henry cavill ist dann argyle dieser überspion aus ihrem roman hat so eine james bond figur und sein sidekick ist wyatt gespielt von john cena und die sind natürlich beide bestens in form und nehmen halt mit einer lässigkeit da in den gefährlichsten szenarien die leute auseinander und weil sie da eben am anfang schon was erzählt hat sie haben wir diese figuren schon gesehen und jetzt verschwimmt das so ein bisschen weil wenn sie jetzt diesen neuen agenten der sich ihr halt vorgestellt hat und mit ihr noch drüber gesprochen hat hey im realen leben sehen agenten aus wie ich und der typ wird übrigens von sam rockwell gespielt und eben nicht wie henry cavill hat sie dann in diesen action momenten verschwimmt das für sie so ein bisschen wir sehen sam rockwell in action und dann guckt sie halt rüber zu ihm und sieht henry cavill wie er gerade diese aktion ausführt die halt sam rockwell gemacht hat ja und so fängt sie dann halt auch an sam rockwell irgendwie gut zu finden weil er halt irgendwie das ausstrahlt was sie so über spione geschrieben hat na und als sie dann aus dieser situation raus sind erklärt er ihr halt was phase ist und das ist jetzt nämlich so dass sie mit ihren spionage roman zufälligerweise die realität getroffen hat okay das heißt alles was sie in den romanen fiktiv beschrieben hat ist wirklich so passiert okay so und jetzt ist sie ja gerade dabei das letzte buch zu vervollständigen und weil halt im verlauf dieses buchs jetzt auch schon alles so passiert ist wie sie es geschrieben hat ist jetzt dieser agent namens aiden wild zu ihr gekommen um sie zu schützen weil es jetzt halt eine gegnerische fraktion gibt die nicht will dass sie dieses buch zu ende schreibt weil sie damit was aufdecken würde was diese fiese organisation halt vorhat okay also wir haben hier quasi die guten spionen und dann gibt es eine böse organisation und die haben was vor und das beschreibt sie in ihrem buch und die wollen natürlich verhindern dass das aufgedeckt wird also wollen sie verhindern dass das buch zu ende geschrieben wird mysteriös ja naja so ist ja halt diese fiktion mit der realität irgendwie verwoben fast fast wie nocturnal animals hier ja ja es hat auf jeden fall geht es ihnen in so eine richtung ja die comedy version davon wahrscheinlich um einiges leichter ja ja und natürlich auch recht action lastig und klar bedingt durch die besetzung und durch den filmemacher ist diese action halt auch immer gespickt mit comedy momenten ja und das ist halt schon auch wild besetzt also das wird dann schon auch in der handlung kommen wir dann irgendwann an einen punkt wo du dir denkst so oh leute also ich meine es ist eh schon alles hart konstruiert aber so really weil das dann irgendwie noch so ein bisschen so eine so eine born komponente kriegt dachte so ey leute also übertreiben die ein bisschen jetzt übertreibt der eigentlich schon hart aber es ist halt so ein action vehicle und ich meine jetzt wenn du anfängst bei mission impossible die handlung auseinander zu nehmen das sind ja auch abstruse sachen dabei hier haben sie den bogen schon hart überspannt aber mein gott ne also also klar das wirkt sich auf die punkte aus die ich dem film gebe weil das schon wirklich hart konstruiert ist ja wobei so Matthew-Warn-Filme ich mal gut kicke es ist ja eine comic-adaption aber jetzt auch so kingsman ja auch aber die action ist ja schon meistens sehr also und die story ist ja auch meistens sehr konstruiert und sehr hanebüchen teilweise also ja aber hier kommst du tatsächlich an einen punkt wo es dich so ein bisschen frustriert weil du halt merkst wie krass das alles mittel zum zweck ist diese handlung damit sie eben zum nächsten zum nächsten action dingen kommen und ja es ist halt wirkt sich negativ dann aus definitiv also das ist bei dem hier schon echt extrem ich bin ja wirklich auch bereit bei bei vielen dieser filmen da über vieles hinweg zu sehen aber ja und also der hat noch andere schwachpunkte das ist wirklich nicht nur die konstruierte handlung naja jetzt erstmal noch kurz zur restlichen besetzung es gibt dann eben hier den director ritter der von brian cranston gespielt wird das gerade schon dualipa erwähnt die aber nur in einer sequenz das ist wieder in dieser fiktiven also in dieser roman im film sequenz die wir sehen da ist dualipa dann eben mit henry cavill zugange irgendeine tanzszena oder so war das so ja naja das ist eben so die einleitung zu dem ersten action ding ariana debose ist dabei katherine o'hara das ist jetzt irgendwie jede woche ein film mit katherine o'hara ist so hart die leatherbox statistik kleines vorschalt irgendwie vielleicht auch dieses jahr ja samuel l jackson sehen wir hier nämlich auch und sophia boutella auch aber eben beide in anderen rollen naja ok weit aus dem kingsman universum naja ok und er hat ja also matthew warne hat selber auch im interview gesagt dass er henry cavill besetzt hat weil er jemanden wollte der optisch so für die rolle von james bond geboren ist und das passt ja sehr gut weil cavill war ja auch damals ein kandidat für casino royal also die neue bond besetzung und er war damals aber halt anfang 20 und damit zu jung ist da rausgefallen aber wäre natürlich rückblickend auch ein super james bond gewesen voll ja ja klar ja und das ist ähnlich wie cat person so ein film wo ich dann durch den trailer irgendwie dachte es geht hier um katzen also oder dass diese katze halt auch eine sehr große rolle spielt weil die ist ja schon sehr präsent auf dem plakat auch ne also weil ellie conway diese autorin die hat eine katze die sie aber auch mitnimmt auf reisen deswegen hat die so einen rucksack wo die katze drin sitzt und der rucksack hat halt wie so ein guckloch ne also wie so ein bullauge da sehen wir dann immer die katze durch ja und die katze heißt alphie und wird von chip gespielt und das ist die katze von claudia vaughn okay die wurde aber auch schon für manche szenen oder für manche action pieces im trailer habe ich gesehen hat man auch ein bisschen cgi benutzt ey das ist halt das ding und diese cgi katze im trailer war auf jeden fall mein absolutes lowlight ja dazu den fand ich ja ganz launig und dann kam diese cgi katze und ich dachte alter wie scheiße ist das denn was ja dazu wäre ich jetzt eh noch gekommen weil ich finde es ein witz das hier gelistet ist dass das die katze von claudia schiffer ist weil die kann nur vorlage für irgendeine cgi katze gewesen sein weil ich hätte höchstens eine sequenz im film wirklich erkannt als eine reale katze der rest ist cgi katze und ja da hast du einen wichtigen punkt angesprochen weil das sieht hier zum teil wirklich schlimm aus also die cgi ist stellenweise wirklich hart jetzt ist es aber halt auch so dass vieles von dieser schlimmen cgi in dieser fiktiven roman im film sache stattfindet und deswegen dachte ich am anfang noch so ja okay das ist jetzt quasi so die märchenwelt und deswegen ist das nochmal so soll das so drüber aussehen aber du siehst das dann auch eben in der realen welt ist das ähnlich schlimm und deswegen ist cgi hier auf jeden fall ein faktor und das ist schon krass weil auch das ist ein 200 millionen dollar film und da hatten wir es ja vorhin von für das budget hättest du auf jeden fall auch mal 10 kleine filme oder 20 kleine filme drehen können und so ist es dieser geworden und das kann ich auch schon vorweg schicken also zum zeitpunkt als ich mir das rausgeschrieben habe hat der gerade mal 92 millionen eingespielt und der ist jetzt schon eine ganze weile im kino das war wahrscheinlich keine plus rechnung ne das ist wie diese ganzen netflix action bombast filme die 200 millionen kosten aber irgendwie drei wochen nach release redet da kein schwein mehr drüber so du hattest ja auch diesen jason statham film der hat mich so ein bisschen so der trailer hat mich so an den erinnert obwohl ich den auch noch nicht gesehen habe weißt du mit äh äh okay namensfindung alter wie heißt der denn von pearl harbour hier der bursche der spielt da irgendwie diesen schauspieler man alter fällt mir gar kein name ein wirklich das ist ja zum kotzen ey pearl harbour der auch bei ben affleck nein der auch bei oppenheimer mitgespielt hat der andere nicht ben affleck äh olden ehrenreich war das nicht ne nein das war der von äh wie heißt diese ich hab mir alter pearl harbour ist ewig her hab ich erfolgreich verdrängt den fand ich ihn wirklich schlimm man wie heißt denn diese serie mit äh mit mit effa green josh hartman mann ach so meine stimmt josh hartman war ein pearl harbour ja josh hartman war die zweite ja olden ehrenreich war da noch ein quark im regal genau der war viel zu jung du hattest diesen film mit jason statham und josh hartman spielt irgendwie diesen schauspieler mit diesen jachten und so hin und her ja auch so irgendwie ja ja leichte tonalität aber doch action mit drin und so den fand ich besser den fandst du besser ich glaube ja aber auch so ein film weißt du ja den da redet ein jahr spät halt ja ne natürlich nicht das vergisst du auch sofort wieder und das wird mit argyle auf jeden fall ähm wahrscheinlich noch schneller passieren naja wobei also so wie es klingt werden wir da ja sequels bekommen mhm wobei jetzt mal bei dem einspiel gucken wir mal ob er bei dem plan bleibt das ist halt die frage ja ging ja nicht so auf finanziell ja jetzt gibt es hier aber noch eine spannende sache vor allem glaube ich für dich wegen musik weil hier kommt ein song zum einsatz der heißt now and then und das ist ziemlich abgefahren weil der song wurde entwickelt von giles martin sohn von sir george martin beatles produzent und giles war auch ähm da kenne ich tatsächlich die story musikproduzent hier bei argyle und ist befreundet mit matthew vaughn und deswegen hat sich matthew vaughn die rechte an diesem song lange vor veröffentlichung des songs geholt smart und konnte so den song hier in dem film einsetzen mhm und das ist halt echt crazy weil jetzt hast du einfach argyle hat einfach einen neuen beatles song ja haben sie einfach irgendeine aufnahme von john lennon noch rausgekramt und dann das ganze überarbeitet ein nagelnein beatles song rausgebracht in in diesem jahr schon krass also echt ne letztes jahr wurde war das 23 wurde der fertiggestellt ja naja ok genau paul mccarton in ring of star haben den 23 fertiggestellt aber eben der song stammt eigentlich von 77 abgefahren weil schon wie hattest du schon gesagt john lennon hat den eingesungen mhm naja ja das hat damit zu tun die wollten den mitte der 90er schon mal rausbringen und damals haben sie es aber nicht hinbekommen diese aufnahmen aus den 70ern so zu restaurieren dass das gut genug klingt und jetzt war halt die ki und so soweit dass man das so ein bisschen rikurz ja weißt du wer dafür verantwortlich war ne peter jackson natürlich weil der hat mit seiner beatles serie hier get back halt den gezeigt okay du kannst sachen so aufarbeiten und so haben die das eben auch mit den vocals von lennon gemacht okay so kam der song erst november 23 raus und das halt aber eben drei monate vor dem film und ja matthew warne der fuchs hat sich die rechte rechtzeitig gesichert krass crazy mhm naja und das ist argyle und es ist halt ja weiß ich nicht hast du einen eindruck bekommen wie ich das gefunden hab sehr durchschnittlich offensichtlich ja es ist leider wirklich kommt nicht ansatzweise an diese kingsman filme ran wobei ich meine den letzten von den kingsman filmen der hat ja schon auch der ist hart abgeschmiert ne der war lange nicht so gut wie ja hart abgeschmiert hatte da auch schon Spaß das war der mit channing tatum war doch da ne das war ja der zweite und der dritte war ja dieses prequel mit fines und so ja okay den hab ich nicht gesehen achso okay weil den channing tatum den fand ich auch schon also der zweite war auch schon ein bisschen schlechter als der erste aber immer noch sehr unterhaltsam fand ich auch aber mit dem prequel haben die auch schon eben das war nicht gut und ja da war ich nach deiner rezension nicht mehr nicht mehr motiviert den zu gucken ja und ich glaube bei argyle hättest du auf jeden fall auch das eine oder andere auszusetzen schade ja und ich meine 2 stunden 19 auch dieser film also die kriegen es nicht mehr hin irgendwie selbst so einen action film unter zwei stunden zu erzählen 140 minuten für so einen film ey was denkt man sich halt auch wofür und dann auch noch ein faktor du hast hier riesen cgi und riesen action und leider aber auch in der kombination wie wir schon gesagt haben das betrifft aber halt auch das blut weil du hast hier pg 13 als rating und das bei einem film wo du eigentlich wirklich einen hohen body count hast und das fließt halt nicht wirklich blut ist nicht besonders produktiv ja ne also das in der kombination alles leider ein bisschen schade weil ich fände das ja gerade geil wenn du so eine action comedy machst die dann voll auf die kacke haut aber mir ist natürlich auch klar dass die beiden das heißt immer wieder diese budgetgrößenordnung da können die natürlich kein r rating machen also das das kannst du halt mit deadpool machen und wenn es dann irgendwie der dritte teil ist wo man halt schon gemerkt hat okay fanbase ist da das kriegen wir wieder rein können wir machen aber so als als neues franchise gehst du halt mit dem ersten teil wahrscheinlich nicht hin gibst 200 millionen für einen r rating film für einen film mit dem r rating aus wobei matthew war natürlich schon bewiesen hat mit kickass und auch mit kingsman diese kirchenszene und so dass er schon auf jeden fall explizit auch gewalt gerade die szene die habe ich so oft gesehen allein wegen des songs ich meine free bird und dann ein blutgemetzel man das geht so geil ab da ja klar und da hast du auch cgi blut und das ist trotzdem schock die szene ja ja und du hast ja bei kickass hast du auch kopfschüsse und alles mögliche und so da geht es ja auch richtig gut aber so geht doch wenn man will ja ich weiß auch nicht was der ansatz hier war aber es gibt leider doch einiges was an dem film echt lame ist so jetzt aber die punkte 5,9 sind es auf imdb der metascore ist bei 35 letterboxd 2,4 puh alle nicht so amused landet wahrscheinlich nicht auf der schneiderliste nach dem update findet das immer zu einer bestimmten zeit statt mit dem update einmal im jahr schmeißen die ein paar filme raus und war das dieses jahr schon das gibt jedes jahr auf jeden Fall eine neue schneiderliste ja aber wann kommt die immer raus ach wann genau welchen monat kann ich dir nicht sagen das weiß ich nicht ich arbeite ja die von 20 oder 21 arbeite ich also ich habe jetzt gar nicht die updates irgendwie dafür wenn ich die durch habe dann kann ich ja mal gucken was vielleicht mal zeitweise da drauf war oder was neu dazukommen ist ich sag eine 4 5 sind es noch geworden 5 noch na gut war ich ja doch richtig mit meinem Durchschnitt Attribut ja ja aber leider alter das hätte nun wirklich alles sehr viel spaßiger sein können ok tja so jetzt ein gemeinsamer Film haken wir ab und machen mal einen gemeinsamen Film für unseren Kumpel Dennis den dritten und der hat sich gewünscht für diesen Monat der Mann mit zwei Gehirnen ja was na hier achso ein paar Dennis passt gut ja the man with two brains yes sir endlich mal richtig übersetzt hier ja und ohne irgendeinen doofen Zusatz ja akkurat von Regisseur Karl Reiner und wir raten ja wir raten ich fange an wahrscheinlich ich habe hart mit mir gehadert weil das ist ja schon also wir mögen ja beide Steve Martin und ich glaube das ist einer von denen der unter Steve Martin Fans wahrscheinlich schon höher im Kurs steht keine Ahnung er ist speziell also ich weiß dass du Tote tragen keine Karos dass du den sehr mochtest da gehe ich auf jeden Fall auch voll mit und einer der Autoren hat ja auch Tote tragen keine Karos geschrieben also ja muss ja der auch gut landen und ist der gleiche Regisseur er war auch Karos ja stimmt der hat mit Steve Martin und diesem besagten George Geib übrigens das Drehbuch geschrieben ja trotzdem ist es ja ich weiß nicht ich bin bei sieben gelandet okay für dich ich sag bei dir pass auf 6,5 okay ist aber auch schon tief gestapelt oder also ja er ist wie ich schon gerade erwähnt habe er ist schon speziell ja und man muss das mögen und du bist ja auch so bei ja du bist bei kultigen Komödien von früher bist ja auch nicht immer einhellig ich glaube Frankenstein Junior warst du auch sehr verhalten glaube ich bei dem Mel Brooks Film oder was nee doch doch war ich wirklich aber es ist auch so bei 6,5 oder so wo ich gedacht habe ja gut das ist so eine Comedy die sehr sehr hoch angesehen ist aber es ist halt alles sehr subjektiv so weißt du Humor jetzt guck ich jetzt nach ich glaube mich zu erinnern dass du da ein bisschen was auszusetzen hattest 6 Punkte doch 6 Punkte in deiner Erinnerung waren es wieder voll der Megafilm oder war es so entsetzt wie du gerade warst ne ist ja schön dass du dich da besser erinnerst ja ich erinnere mich an bestimmte Rezensionen wo ich denke ja das sind so Filme die viele zum Lachen bringen und die bei uns halt manchmal funktionieren aber ich merke immer wieder dass es einen riesen Unterschied macht ob ich die Filme von damals kenne oder halt heute zum ersten Mal sehe und das war ja bei Frankenstein Junior war das ja so den kannte ich das war ne Erstsichtung den ja kanntest du von früher ja ach ok das wäre natürlich ja gut wäre nicht schlecht gewiss weil ich hab den zum ersten Mal gesehen ich kannte den gar nicht ach du Scheiße wirklich für mich war es ne Erstsichtung fuck das wäre ein wichtiger Info-Kammering ja no shit für mich auch das hätte man mal fragen können aber egal ja ok ja dann hättest du mich noch tiefer eingespielt auf jeden dann sei froh sag ich mal so ach so ok na gut alright ja jetzt ist was ist besser wer erzählt die Handlung wenn du den zum ersten Mal gesehen hast ist das ja vielleicht ganz gut wenn du das machst ich soll die Handlung zusammenfassen ne ich kann es auch machen mach du du bist besser bei sowas naja also mit hier kommen wir ja schon auch mit ein paar Namen da geht's schon los da wäre ich ja mal sehr gespannt dieser Running Gag wie du wie du den Rollenamen dann ausspricht ey das finde ich ja so geil ne dass das auch irgendwie dann andernorts aufgegriffen wurde mit diesem bekloppten Namen des Protagonisten Alter das ist also ich find's ja geil dass er selbst bei drei Amigos den auch nochmal gesagt hat was der in dieser Zauber Szene ist ja und das wo war denn das hab ich mir das aufgeschrieben gab doch noch irgendein irgendein Sci-Fi Projekt wo die dann jemanden von einem anderen Planeten haben die dann so genannt ok bei Arrival haben sie das Alien so genannt wahrscheinlich ja weil Steve Malton spielt ja Dr. Michael Huffer ich find das auch so geil was er immer für ne Fresse zieht dabei weil halt dieses letzte Hör so bekloppt weil es einfach da so drangehängt ist ach ja ja stimmt da ist auch meistens so ne kurze Pause dazwischen weil er sagt Huffer da kommt irgendwas noch hinterher und das ist ja auch null konsequent weil auch wenn er das ganz geil buchstabiert in der einen Sequenz er spricht es nicht immer gleich aus und die Leute um ihn rum erst recht nicht und so das ist halt der Running Gag also keiner kann seinen Namen richtig aussprechen und er sagt aber naja so wie es geschrieben wird halt H-F-U-H-R-U-H-U-R-R ganz klar Huffer ja und der ist größter Neurochirurg der Welt top notch alle schauen zu ihm auf und er ist eben der Beste in seinem Fach und jetzt hat der einen Autounfall bei dem er eine junge Frau verletzt das ist Dolores Benedikt unsere weibliche Hauptfigur gespielt von Kathleen Turner die in dem zweiten Film war ja noch ganz frisch hatten wir hier bei der Rosenkrieg war sie ja das weibliche Pendant von Michael Douglas ja aber hat schon viel in den 80ern gerade in den 80ern hat sie echt eine Menge gemacht naja aber ihr Debüt mit dem sie halt groß rauskam da spielt sie so eine femme fatale und hier im Grunde auch nur nochmal also halt echt auf 10 gedreht ja wie aus dem Bilderbuch ja naja weil die sind ziemlicher Gold Digga das erfährt unser Doktor aber erst im Verlauf des Films der operiert sie jetzt nämlich und rettet ihr das Leben weil der hat so eine ganz abgefahrene Technik erfunden das finde ich halt auch schon so geil weil der sagt wir brauchen die für die Hirn-OPs wir brauchen den Leuten die Schädel nicht mehr groß aufsäbeln also doch schon aber das muss nicht mehr rasiert werden weil ich habe so einen Schraubverschluss entwickelt und er operiert sie wendet diese Technik an sie kriegt so einen Schraubverschluss an den Schädel wie auch so geil wenn der in einem späteren Zeitpunkt er dann sagt ja du musst das ein bisschen richten und so du musst nur einen Hahn drehen naja und jetzt er holt sie sich im Krankenhaus und dabei verlieben sich die beiden und weil sie natürlich erfährt dass er halt der erfolgreichste Hirnchirurg der Welt ist gerade denkt sie natürlich ja da ist ordentlich Cash im Spiel also heiratet sie den erst recht und das halt auch eben sehr schnell weil die ist halt wirklich ein Golddigger und er das erfahren wir auch zu Beginn des Films er ist noch nicht lange verwitwet seine Frau ist gestorben und er hängt halt immer noch an der dran und das spielt dann eben jetzt auch wieder eine Rolle weil er eben durch das Verhalten von Dolores schon recht schnell dann merkt wie die halt unterwegs ist dass sie kein wirkliches Interesse an ihm hat sondern primär an seinem Geld und als die jetzt zusammen auf einen Kongress reisen nach Wien lässt er sich von ihr scheiden das kann man glaube ich schon noch erzählen ja ja weil er lernt in Wien jemanden kennen also er lässt sie nicht deswegen scheiden sondern er kriegt da eben mit dass die halt einfach nicht treu ist und keine romantischen Interessen an ihm hat jetzt lernt er in Wien diesen mysteriösen Doktor Alfred Necessera kennen und der eröffnet ihm neue Möglichkeiten weil der hat bei sich eine Menge Hirne gebunkert und da kommen wir jetzt zum Titel da ist nämlich da noch ein Hirn mit der Nummer 21 da das kann telepathisch mit unserem Doktor kommunizieren und die hat einen ähnlich spannenden Namen das ist auch so geil wie die heißt Alter ich hab's mir aufgeschrieben Anne Umelaya Mahe aber Doktor Necessera ist schon auch ein geiler Name ja ja also sowieso die Figuren hier die sind halt auch maßlos überzeichnet alle und ich find's schön dass die hab ich gelesen in True Effects dass die Stimme von diesem Gehirn mit der Nummer 21 was sich dann eben fortan mit unserem Doktor unterhält das ist jemand bekannt das ist die Space Egg ja man das hab ich natürlich nicht im Film erkannt aber fand ich auch fand ich auch abgefahren ja das ist ganz schön ja Necessera wird von David Warner gespielt der auch erst 22 gestorben ist ja und Paul Landig können wir noch erwähnen der hier den Butler spielt James Cromwell James Cromwell als Bayer weil ich find das mit dem Butler halt auch so geil es ist so bekloppt es ist in so einem ganz fancy neuen Hotel äh nee Apartmentkomplex wo Necessera ihn hinführt und er sagt halt noch so hey es ist komisch irgendwie bei so einem Arzt der mit mysteriösen Hirn-OPs zu tun hat hätte ich halt eher so ein Schloss erwartet in Österreich und dann machen die eben dieses Apartment auf und innen drin ist es halt einfach genau das Schloss-Szenario ja mit Zugbrücke und allem Scheiß das ist so bekloppt und da sehen wir schon in welche Richtung das geht weil was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte das ist keine Gang-Komödie sondern es ist schon Spoof-Style alles ja ja voll und der Humor ist auch voll auf Spoof und ähm das der nimmt halt so ein bisschen diese Mad-Scientist-Horror-Filme auf die Schippe ja weil ähm du hast wirklich diesen nackten Kanonen-Humor es gibt ja diese OP-Szene wo er am Anfang operiert und dann heißt es so Schwester Schweiß auf der Oberlippe und sie fügt ihm dann den Schweiß auf die Oberlippe zu weißt du in dem OP-Moment also so eine Szene als nächstes auch so ein Katzen-Miauen also get that cat out of here so völlig beiläufig aber auch ein Running Gag weil diese Katze offensichtlich immer im OP ist das ist so geil ja ja also das feiere ich aber sehr daran ja und so finde ich es auch wenig verwunderlich dass Steve Martin eigentlich am liebsten David Cronenberg gehabt hätte als Regisseur das wäre geil gewesen ja ja aber der hat Videodrome gemacht zu dem Zeitpunkt ja er hat auch keinen Bock auf eine Comedy-Gab und die Filme die hier gespooft werden da sind ja auch ein paar auf IMDB gelistet in den True Effects ich muss gestehen ich kenne keinen von denen aber habe tatsächlich bei einigen Bock die zu sehen wie ging es dir da? ich kenne auch so gut wie gar keinen von denen also ich weiß welche Art von Filme hier so hochgekommen worden sind klar aber ich habe da auch wenig gesehen ich habe diese ganzen Horrorfilme jetzt die Originale von den großen Remakes die wir jetzt neulich hatten die habe ich ja auch alle zum ersten Mal gesichtet weißt du die Dämonischen und The Thing und so die kannte ich ja alle nicht und in der Richtung fällt das ja ja aber schon auch noch so aus der B-Riege das war ja schon nochmal Roger Corman hat zum Beispiel ganz viele aus dieser aus dieser Schiene auch gemacht super kleine Filme aber Donovan's Brain war glaube ich da noch der größte würde ich auch gerne sehen aber alter dieses Beast of Blood oder They Saved Hitler's Brain Alter was ist das bitte eine bescheuerte Prämisse das sind alles so Filme die haben irgendwie so 2,4 oder 3, irgendwas im Schnitt auf IMDb das ist eher so gilt die Pleasure wahrscheinlich ja ja aber du hast auch so aber durch Scanners kann ich halt verstehen dass er Bock hatte dass Cronberg diesen Film macht und der wäre ja auch passend gewesen aber Kyle Reiner hat das überhaupt nicht schlecht gemacht ich finde die also es ist sehr offensichtlich dass die hier eben so diese Sorte Film aufs Korn nehmen und das funktioniert in meinen Augen immer noch sehr sehr gut cool wie ging's dir damit jetzt mit der Erstsichtung also ich hatte hier richtig Spaß Alter okay das hat also ich hab die Diskussion halt miterlebt weil das Gute an Patreon wenn die Leute ihre Filme halt beitragen wenn die ihre Auftragsfilme nennen ist dass wir durch die Kommentarspalte eine Menge Diskussionen dann auslösen als wenn wir die so per Nachricht schicken und hier war halt eine Diskussion zwischen unserem Azubi und zwischen Dennis dem Dritten der halt Steve Martin bis aufs Blut verteidigt hat und unser Azubi halt überhaupt nicht mit Steve Martin anfangen kann oh wow und die ganze Zeit gesagt der Typ hat keinen guten Film gedreht und vielleicht noch hier Planes, Trains und Automobiles und so ansonsten dann hört's auf und so und Dennis der Dritte und ich fing halt an ihm so Filme um die Ohren zu hauen weißt du so Filmtitel wo Steve Martin halt dabei auch immer gesagt hat Digga was mit dem was mit dem was mit dem was mit dem und er meinte ja nee ist nicht meins ist nicht meins ist nicht meins weil es ja Mekelheini halt der Azubi und deswegen hat er mal diesen Film aufgetragen und das ist halt ein klassischer Steve Martin weil du hast diesen guten Wortwitz du hast diese Physical Comedy die er voll übertrieben halt irgendwie darstellt weil er spielt diesen Arzt natürlich mit den Verrenkungen und mit dem weißt du wo er sie über die Schwelle trägt und dann sagt mach mal ein Foto Alter wie lang diese Szene ist und sie entwickelt die Fotos dann sogar und zeigt sie ihm Alter und das waren noch keine Digi-Cams aber auch so normale Comedy Achso ich dachte du meinst jetzt die letzte dann als sie ein bisschen mehrgewichtiger unterwegs ist das auch da wollte ich jetzt nicht verraten die Schlussszene aber auch dass der Fahrstuhl zum Beispiel auch nie richtig hält weißt du dass der entweder so rausklettern muss oder dass er so hochklettern muss aus diesem Fahrstuhl und so und die Dialoge und der Wortwitz ist großartig man der sagt ja an einer Stelle irgendwie ja meine Versuche also der hier der Necessator sagt zu ihm meine Versuche sind jetzt ungefähr daran gelangt dass ich das Gehirn eines Menschen einen Gorilla einpflanzen kann und Steve Martins Reaktion ist I couldn't fuck a Gorilla wo ich voll gelacht habe ich gesagt Alter für 83 und so für 83 ist der ganz schön zotig und so ja ja ist auch Rated R ja er hat schon wirklich geile Momente aber muss diesen Spoof Humor mögen klar wenn man so mit den Sarka Brüdern mit unglaublich reisen verrückten Flugzeugen und Top Secret wenn man denen nichts anfangen kann dann ist das auf keinen Fall deine Comedy ja klar dann fühlst du das richtig scheiße alles bekloppt hier wie geil ist bitte auch die Auflosung dieses Fahrstuhlkillers wer das dann letztendlich war weil die Leute ja immer gucken und du denkst schon mal gesehen an dem Film weißt du weil die wurden ja auch nicht überrascht sondern es muss also wie in den normalen Edgar Wallace Film denkst du okay es muss jemand sein der schon mal aufgetaucht ist in dem Film naja auch gerade wie das bildsprachlich gespooft wird dass du ja oft bei diesen Momenten wo der Killer unterwegs ist dann auch so Jolly ähnlich diese POV wie die Hand ins Bild kommt und so finde ich super weil er halt eben dieses Stilmittel auch damit geil bedient macht dich auch total und dann hast du halt wirklich diese diese Meta-Spoof Witze wie bei Lieutenant Draven und Nackte Kanone das an einer Stelle hat sagt so wo die halt bayerisch reden wo er dann letztendlich nicht bayerisch-österreichisch wo die dann letztendlich in Wien unterwegs sind wobei in amerikanischen Filmen ist das ja das ist einfach Germany genau da sind Leute mit Lederhosen unterwegs scheißegal ob wir gerade in Österreich der Schweiz oder irgendwie Bayern unterwegs sind und dann erfährt er aber dass der Typ der gerade mit ihm bayerisch redet dass der halt auch Englisch sprechen kann und dann sagt er an der Stelle von wegen ja hier sind keine Untertitel nötig was er so voll so auf den Film bezogen so ja wir brauchen hier keine Untertitel der Typ spricht Englisch Alter wie geil ist das also ich fand's großartig ja cool ja und der Name Alter immer wieder wenn er ausgesprochen wird das ist natürlich ein grandioser Running Gag mega kommt ja nur ein paar Mal in dem Film vor also fand ich super auch als Erstsichtung schön freut mich krass hat mir gefallen ja schade ich dachte bei dir ich dachte tatsächlich dass das einer von denen ist wo du sagst ich wusste nicht wie der ankommt bei dir von dem Humor aber anscheinend habe ich dich da ein bisschen unterschätzt ja also das ist jetzt trotzdem trotzdem ein Film wo ich sagen würde man merkt trotzdem irgendwie dass der aus der Zeit schammt was aber auch fein ist und das ist wahrscheinlich nicht sein Bester ich wüsste jetzt auch gar nicht ob ich aus dem Kopf so spontan irgendwie eine 10 Punkte Komödie mit Steve Martin hätte aber du hast schon recht ich meine damals zum Beispiel ein Single kommt selten allein den hatten wir glaube ich auch den hast du hier rezensiert das zum Beispiel den Film den habe ich damals gesehen und zwar mehrfach so und das war eben mit einer Erstsichtung so klar bei dir war es genau umgekehrt wobei der als Erstsichtung bei mir auch gut funktioniert hat aber wenn der Nostalgie-Faktor da noch mit reinspielt dann punkten die ja noch mehr das stimmt schon ja ich meine Jerk hieß der glaube ich im Original wie hieß der wie hieß der auf Deutsch irgendwas mit Geld glaube ich ja ist auch egal den fand ich jedenfalls auch cool also es gibt Solo für 2 gab es noch mit Lily Tomlin den mochte ich auch also ja das ist ja auch so eine Body Switch den habe ich ja erst letztes Jahr glaube ich gebracht oder ja stimmt irgendwas war da ja der hat echt gute Filme in den 80s gemacht aber es hat so es waren halt alles wirklich so Steve-Marlin-Comedian wo du dir keine anderen vorstellen konntest eben der war halt so ein Typ so ein bestimmter ja ja und kommt ja auch aus dem Stand-up und das spielt hier schon alles stark mit rein dann ja auch die Saturday Night Live Schule auf jeden Fall ja freut mich geil dann sollen wir Punkte vorlesen achso wir können noch ein Spiel erzählen weil das ist schon spannend bei dem Film dass der nur in den USA einen Kinorelease hatte weil der ist ja überall sonst halt irgendwie dann direkt auf Video erschienen und hat doch Tim in Deutschland irgendwie so die Runde gemacht weil das ist so damals den kannte irgendwie jeder das ist so ein Videothekenfilm gewesen Amerika hat er nur 10 Millionen knapp eingespielt 10,3 war jetzt nicht so der Mega-Hit aber dazu muss man sagen dass die Martin auch noch nicht der Mega-Star war also das kann man erst später so dass er wirklich dann kommerziell erfolgreiche Filme wie drei Amigos und so gedreht hat ja ja und das jetzt haben wir es hier halt das ist eine R-rated Comedy Romance und Sci-Fi steht auch noch mit dem Genre ist schon sehr speziell das Publikum für diese Filme das ist überschaubar aber hier haben wir es wieder 93 Minuten weißt du kurzweilig ein Gag nach dem anderen nach anderthalb Stunden knapp vorbei weißt du nicht auf zweieinhalb Stunden irgendwie aufgebläht damals ging das auch ja alle Maslow's drüber natürlich Kathleen Turner aus Team Martin und so aber es macht Spaß wirklich spaßiger Film dieses Ding als sie droht sich umzubringen und draußen auf dem Fenster mit der Spucke wie scheiße war das denn so eine Rotz dann so Spucke immer in die Hände I don't have any saliva left so weißt du dieses schlechte Saugnapfgeräusch wie er dann lang aber auch geil wie du meintest wie er die Schädeldrecke immer so flupp so zurückdreht so weißt du wenn sie verrutscht so bescheuert ja so viel so viel zum Kasselhundedreck können wir zu den Punkten überleiten oder IMDb 6,4 hat einen Metascore von 61 und Letterboxd bei 3,3 das ist auch alles recht verhalten oder das ist schon eher verhalten ja und wo bist du gelandet ich bin bei einer 8 gelandet bei einer 8 wie geil dann können wir klingeln ich bin auch bei 8 8 du bist auch bei einer 8 ja na das machen wir nochmal richtig dann haben wir eine Endungsklingel für Dennis den dritten also unseren Erfasse getroffen und der Azubi soll sich einfach mal verpissen das ist ja geil Mensch ey 8 Punkte ja okay dann bin ich ja ganz froh dass ich nicht wusste dass das eine Erstsichtung war der Azubi so what's so fucking funny der denkt sich sowas ja und wir alle I like it steamy premise bei dem Film ja das passt alright unser Erfasse getroffen das war das war gut alright Grüße an Dennis den dritten und dann kommen wir wieder zu unseren eigenen Projekten und mache ich mal die nächste Komödie im Ernst ja ja ich habe ja das war ja diesmal ein bisschen gezielt heute Comedy Tag das war ja ein bisschen gezielt weil im Rahmen der Oscars gucken wir ja schon eine Menge ernster Stoffe und irgendwie keine Ahnung bei mir sind so Nazi-Wochen ständig gucke ich irgendwelche Nazi-Filme von daher ich gesagt ich brauche mal gezielt irgendwas wo ich weiß das ist jetzt wirklich Hirn aus Kino und da kam Mr. Pinks Filmpaket mir zurecht weil da habe ich mir ein paar Filme rausgelegt und habe mir die ja zur Seite gepackt und habe gesagt die werde ich mal sichten von Zeit zu Zeit und da war eine Comedy bei aus dem Jahr 2001 die hört doch den Namen Tomcats kennst du den? bin mir gerade nicht sicher irgendwas klingelt da Tomcats ja und Regie und Drehbuch mal wieder eine einzige Person die das gemacht hat wie bei Tom Ford Nocturnal Elements muss ein ähnlicher muss ein ähnlicher Geniestreich sein Gregory Poirier heißt der Herr oder Poirier oder so das ist der hat als Drehbuchautor hat er diese Tempelritter Sequel zum Beispiel gemacht das ist ein erfolgreichster Film in seiner Vita und die sagt Tomcats also nichts okay doch ja ja aber ich habe den nicht gesehen gesehen hast du nicht? ne okay dann berichte ich mal also es geht um eine Truppe notgeiler Dudes du bist ja mutig das sieht doch auf dem Papier schon überhaupt nicht nach deinem Film aus ey man kann es ja mal probieren okay eine Truppe notgeiler Dudes darunter ist Jerry O'Connell den wir natürlich aus großartigen Filmen kennen wie Kangaroo Jake und Joe's Apartment offensichtlich hör mal auf Kangaroo Jack zu dissen bevor du ihn gesehen hast ey also Joe's Apartment disse ich schon mal gar nicht weil den mag ich tatsächlich siehste aber offensichtlich ist mir gerade aufgefallen dass er eine Vorliebe für Tiere mit Kach hat weil in dem einen geht zum Kakerlaken in dem anderen geht zum Kängurus kleiner Fetisch von Jerry O'Connell also das Gesicht kennt man der hat zum Beispiel auch den Footballspieler bei Jerry Maguire gespielt der in direkter Konkurrenz steht mit Cuba Gooding Jr. und so ja ich meine hallo Stand By Me ja Stand By Me natürlich im Kleinen und aus American Pie da war er auch noch zu sehen also hat er schon ein paar Filme mitgespielt die man kennt und wer noch sehr namhaft ist in dieser Truppe Jake Busy und Jake Busy kennen wir aus Starship Troopers und Frightened Nears hattest du hier das ist natürlich der was Frightened Nears Frightened ja Frightened ja Frightened Frightened wird ausgesprochen ja 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 Frightened ja Frightened und die sind am Anfang des Films auf einer Hochzeit von einem aus der Clique die erheiligt gerade nämlich Jamie Presley das ist Joy aus My Name Is O und beste Rolle ja ja voll gut und die anderen Bumser machen einen Parkdass weil die machen nämlich aus dass jeder in einen Pott rein zahlt und der allerletzte Junggeselle sozusagen der Last Man Standing der räumt den Pott ab und jetzt gibt es einen Zeitsprung in die Zukunft sieben Jahre später der Pott ist angewachsen und es sind noch zwei Dudes unverheiratet nämlich der Player Kyle gespielt von Busy der ist nämlich ein absoluter Flachleger oberflächlich macho Reißsatzsprüche so der Laute von denen und dann haben wir die Rolle von Jerry O'Connell der spielt Michael der ist ein Comiczeichner und ist eher so ein bisschen tollpatschig unterwegs aber liebenswürdig und letzterer Michael hat in Vegas bei den falschen Leuten Schulden gemacht und braucht jetzt dringend den Pott um seinen Hals zu retten natürlich ja aber dann kommt ihm Undercover-Polizistin Natalie in die Quere Achtung gespielt von Shannon Elizabeth die Nadia aus American Pie das ist so gut wie Jennifer Lopez als Polizeiexpertin oder oder an die ich gedacht habe ist das fand ich auch so geil Denise Richards als Archäologin in dem Bond-Film weil man hat hier eine Brille aufgesetzt und Denise Richards im Tomb Raider Outfit weißt du so mit Brille ist natürlich nimmt man natürlich sofort die Archäologin ab weißt du weil sie gerade eine Brille trägt und so war das hier auch Shannon Elizabeth als Undercover-Polizistin auf dem Strich wo ich dachte okay alles klar Nadia spielt hier eine Polizistin also es wirkt so verkleidet das ist unfassbar aber unser Kumpel Michael verguckt sich natürlich in sie das darf aber nicht passieren weil er muss ja den Pot als Single abräumen und deswegen muss er das Rennen gegen Kyle gewinnen und deswegen versucht er seine große Liebe mit dem Player Kyle zu verkuppeln weil er sich sagt okay wenn er ihr irgendwie verfällt dann kriegt er den Pot das ist der Plan aber er muss sich natürlich eifersüchtig mit ansehen wie die beiden zusammen anwandeln und das ist erstmal die Story von dem Film das ist auch so geil als könnte er den nicht einfach mit irgendeiner anderen verkuppeln weil dann wird die Rechnung ja auch aufgehen aber theoretisch schon ja warum einfach wenn es auch kompliziert geht ja und wir haben schon also bei der Anfangsszene auf der Hochzeit wird schon das Humorlevel wird schon irgendwie festgelegt weil da werden halt Viagras in die Drinks gemischt und dann siehst du halt irgendwie die Best Men wie die mit dem Ständer halt irgendwie vorne am Altar stehen und sich dann so so zur Seite drehen und dann siehst du halt dass die alle irgendwie einen Ständer haben und das ist so dieser Ha-Ha-Humor dann hast du Jack Busey natürlich in diesem superlauten Charakter der dann irgendwie wenn er irgendwelche Frauen abschleppt zieht er halt so die Hosen aus so weißt du in einem so einen Riss wie so ein Stripper und dann hat er halt so einen Tanga drunter und streckt halt so den Arsch in diesem Tanga entgegen auf diesem Bett auf allen Vieren und so und das ist so der Humor von Tomcats mit einem kompletten Lernblick ich frage mich halt warum guckst du dir diesen Film an das kann doch nicht funktionieren also diese ne ich bin eher fassungslos darüber ich frage mich ist das jetzt hier eine Strategie ist das eng beim Punktraten oder brauchst du einen Film ich wusste doch nicht was das ist ich wollte einfach eine Comedy gucken die irgendwie einigermaßen cool ist aber war nicht cool ne die Schnitte führen halt immer zu absolut vorhersehbaren Gags es gibt halt einen so einen Dialog wo es heißt so ja vielleicht hat sich Kylie ja geändert weißt du und dann weißt du genau okay jetzt kommt der Schnitt und jetzt sehen wir wie er abgeht und dann gibt es diesen Schnitt und du siehst ihn auf einer Party wie er so abgeht und zu den Frauen hingeht und hier schäkert und der auf den Arsch haut und weißt du und so es ist alles super vorhersehbar und Jerry O'Connell grimassiert und stolpert sich hier halt durch den ganzen Film du hast so eine Sadomaso Bibliothekarin an einer Stelle die sich natürlich erstmal voll das schüchternde Mäuschen so eine rothaige Bibliothekarin darf in so einem Film auch nicht fehlen ne darf auch nicht fehlen und dann entpuppt sie sich natürlich als komplett Sadomaso Braut mit ihrer mit ihrer alten Mutter oder Oma oder was auch immer die ihr dann assistiert hierfür für die Rolle sprach übrigens Amy Adams vor mal wieder Nocturnal Animals zu zitieren also die hat auf jeden Fall eine bessere Karriere gemacht okay wow die war beim Casting und hatte ich für diese Bibliothekarin vorgesprochen Dakota Fannings Debüt übrigens hier Tomcats die ist auch in einer kleinen Szene zu sehen also jedes Klischee wird hier mitgenommen und witzig ist kaum was sondern es ist wirklich so richtig richtig hau drauf um ist so diese zotige dieses zotigen Sex Comedy Anfang der 2000er gab es ja einige so im Pfadwasser von American Pie und so die dann rausgekommen sind aber auch ein paar gute ein paar gute ja und das ist eine von denen wo ich sagen würde sie ist zu Recht nicht kultig verehrt also hätte es nicht gebraucht hätte es nicht gebraucht finde ich nicht geil finde ich nicht lustig war nicht gut ja irgendwas was dafür spricht so zwei drei Momente fand ich schon ganz witzig aber die sind wahrscheinlich jetzt nicht so für den anderen wahrscheinlich nicht so mega witzig ich ich zitiere immer wieder diese Szene bei Jazz Club von Helge Schneider wo die einfach fünf Minuten so eine Ampel zeigen völlig aus dem nichts alter du lachst jetzt über Helge Schneider und nicht über diesen Film nein aber es gab so einen Film gab es so bestimmte Momente und da fällt mir halt diese rote Ampel bei Helge Schneider wo so fünf Minuten da hat einfach nur so ein Auto was an der Ampelrand fährt zeigen oder bei wer ist Harry Crumb bei diesem John-Kenny-Film der ist halt vollgepackt mit Witzen aber es gibt halt eine Szene wo der mit so einem Cabrio unter so einem Ampelbaum steht und ein Apfel löst sich halt vom Baum und fällt ihm halt auf den Kopf und das fand ich unfassbar da gibt es halt wesentlich aufwendiger Jokes aber diese Apfel das wäre so für die einfachen Sachen ich wäre für die einfachen Sachen und hier gibt es halt eine Szene wo er irgendwo so rein stolpert und tritt auf so eine Gitarre rauf what? ja und die Gitarre bleibt halt so an seinem Fuß hängen und er läuft da mit dieser Gitarre weiter und wo er versucht hat diese Hochzeit irgendwie zu verhindern weißt du? das fand ich schon ganz lustig das fand ich schon ganz lustig wie der da so reinpoltert und in diese Gitarre reintritt das war halt so einer der Momente wo ich gelacht habe aber andere würden wahrscheinlich an anderen Stellen lachen ich drücke es mal so aus aber es rettet den Film nicht also es waren wirklich nur so zwei, drei Momente wo ich dann die ich ganz amüsant finde alles andere war komplett überzogen und es ist dieser laute Sexhumor der halt null lustig ist also so eine Film wie Roadtrip und so weiter sind wirklich dann die sind verglichen damit absolute Meisterwerke ja ja Roadtrip ist ja auch ein Highlight ja die fallen da also das sind dann die guten Beispiele also gibt gibt es denn andere Schauwerte ist das zumindest irgendwie kurzweilig weil du permanent Brüste siehst oder ja der geht 95 Minuten aber ich meine so richtig nackte Haut gibt es hier jetzt auch nicht achso das ist wahrscheinlich wieder so eine Ratingfrage oder weiß ich jetzt nicht wahrscheinlich 16er Rating oder so wird er haben denke ich mal aber wenig nackte Haut wenig nackte Haut aber halt viel Gefluche totige Witze natürlich gibt es ja diese SM Jokes und so und ja und Jake Busey im Tanga halt das sorgt wahrscheinlich für das Rating aber ist jetzt nicht so dass man jetzt hier irgendwie Schauwerte hat gut also die jungen Jamie Presley und Shannon Elizabeth sind natürlich schöne Frauen aber ähm das rettet dich jetzt auch nicht über den Film schade das Tomcats das klingt ja sehr überflüssig alles kein großes Highlight hast du nichts verpasst IMDB 5,3 und spektakulärer Metascore Blutrot 15 uff Letterboxd 2,2 boah okay aber das also 2,2 auf Letterboxd das klingt auf jeden Fall noch recht versöhnlich jetzt verglichen mit dem was du so sagst 2,2 ist schon ist schon sehr schlecht also naja aber das wären ja 4,4,5 Punkte ja umgerechnet ja gut das finde ich halt schon wieder also es klingt finde ich deutlich besser als das was du jetzt erzählt hast weil du sagst es gibt quasi nichts was dich irgendwie durch den Film gebracht hat also ein, zwei lustige Momente das kann es ja nicht gewesen sein also wenn du dann bei 4 Punkten landest muss man neu verhandeln werden wir sehen hat 11 Millionen gekostet 23,4 eingespielt ich weiß nicht ob ich das erwähnt habe achso ja das hat dann immer doch noch funktioniert ging ein bisschen was an den Kinokassen ja paar Bachelors sind da reingerannt okay na dann rat mal 2 2,5 okay nicht so schlecht 2,5 für Tomcats ja sorry Mr. Pink das war ne Gurke aber die holt sich die ja auch wegen irgendwelchen Samples und dann naja eben brauche die irgendwann nicht mehr okay ja Mensch machen wir doch mit einer Comedy weiter Comedy Special total aber geil jetzt haben wir vorhin noch erwähnt dass im Kino das Comedy Genre fast ausgezeichnet ist ja eben dann sagen wir ein bisschen für Ausgleich ja und jetzt habe ich neulich ne Comedy im Kino gesehen und dann war die noch nicht mal doll und weißt du noch was ich da für einen Vergleich gezogen hab welche Comedy war das denn na die von Ethan Cohn achso äh ja Drive Away Dogs was für einen Vergleich du gezogen hast was so die Tonalität des Films anging ich meine das fühlt sich weniger nach einem Cohn Film an ne ich meinte ich hab mich da stellenweise eher in einem Farrelly Film gefühlt ach Farrelly Film hast du gesagt richtig ja und dann dachte ich hinterher so Mensch was haben eigentlich die Farrelly Brüder so gemacht in letzter Zeit und ich hab mich erinnert dass wir auch immer wieder mal drüber gesprochen haben also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Filme von denen gebracht aber so im Zuge der Oscars also wir haben ja drüber gesprochen wegen Green Book war ja auch immer wieder mal so ein Thema und ich meine die ganzen alten Sachen fand ich ja schon mitunter richtig richtig gut und deswegen dachte ich guck ich mir mal an was die heute so machen und jetzt hab ich mir den neuen Film von Peter Farrelly angeguckt aus diesem Jahr also wirklich sehr aktuell und er heißt Ricky Stenicki okay du guckst nicht so als hättest du schon was davon gehört glaube ich das finde ich sehr gut sieben Autoren haben das geschrieben zusammen mit Peter Farrelly und ich meine früher dir geht es ja wahrscheinlich auch nicht anders so die alten das waren ja auch Jim Carrey Sachen dabei so me myself naja von Mary natürlich ganz vorne verrückt noch Mary Kingpin fand ich ja immer großartig Kingpin war gut aber die haben auch ein, zwei Filme gemacht die ich nicht so geil finde ich mochte zum Beispiel diesen Unzertrennlich mochte ich nicht weil sie den Englisch heißt mit Matt Damon ja der war schwierig und war nicht auch Farrelly Film diese eine wo Gwyneth Paltrow diese eine spielt die Jack Blacks Vorstellung Jack Black ja genau ich glaube der war nicht bin mir nicht sicher aber ich glaube nicht okay da bin ich mir auch nicht sicher aber ein Farrelly Film würde auf jeden Fall passen das ist so die Schiene wo ich gesagt habe da nicht so geil jetzt haben die aber in den letzten Jahren also gerade Peter Farrelly hat zum Beispiel Episoden bei Lucky Hank gemacht die Serie die ich gebracht habe Lauder Milk das Ron Livingston Ding da hat er auch einiges gemacht die hat er zu Netflix gewechselt finde ich auch ganz geil also hat jetzt eine größere größere Bekanntheitsgrad auch erreicht durch den Wechsel zu Netflix ja cool dann sehen das mal ein paar mehr Leute weil die fand ich schon ganz geil ja und jetzt dieses Jahr eben Ricky Stinnicki und auch dieser Film ähnlich wie Argyle oder deine Filme jetzt oder The Man With Two Brains eine ziemlich absurde Prämisse und mal gucken wie es hier ausgeht weil am Anfang sehen wir eine Sequenz die offensichtlich ein Flashback ist weil wir sehen drei Jungs beste Freunde die an Halloween einen Prank machen wollen weil da ist ein Haus wo sie sagen werden wir jedes Jahr irgendwie nur abgewiesen die geben nie Candy raus da ist auch so ein riesen NRA Schild an der Tür also ganz offensichtlich auch waffenaffine Menschen die da wohnen also wollen sie einen Prank spielen das ganz klassische Ding packen Scheiße in eine Papiertüte legen die vor die Tür und zünden sie an Klingeln und freuen sich das Problem ist die Klingeln niemand macht auf da scheint niemand zu Hause zu sein es steht weil Halloween ist gibt es neben der Tür ja auch so ein bisschen Verkleidung also Verzierung Deko und dann steht da auch so eine Vogelscheuche die fängt dann ziemlich schnell Feuer und die Jungs versuchen noch irgendwie das Feuer zu löschen der eine tritt halt unglicherweise schön fett auf die Tüte und es dann erstmal spritzt halt erstmal Scheiße durch die Gegend das ist das Level was wir kennen und vielleicht auch lieben naja jedenfalls fackelt dann die ganze Hütte ab und die Jungs haben halt plötzlich ein riesen Problem der eine von denen denkt sich dann er hat einen Plan so weil da ist dann von der einen Verkleidung so ein Pulli der Feuer gefangen hat und dann so verkohlt ist und dann schnappen die sich diesen Pulli und schreiben hinten rein so in Kragen einen Namen damit das so aussieht als wäre derjenige der den Brand gelegt hat oder das Haus im Brand gesteckt hat dieser Typ und dann sagt er halt so ganz schnell weil die sind ja total unter Druck weil die Hütte brennt und der jetzt vor diesem Pulli schreibt da drauf sag mal irgendeinen Namen so Ricky alles klar sag mal Nachnamen Stanton er so schreibt S-T-A er so Moment mal Stanton ist mein Nachname so das kann man nicht bringen hat dann aber halt schon Stel geschrieben und dann schreibt er halt Stenicki zu Ende so und so ist Ricky Stenicki geboren und dann erfahren wir in einer Montage in so einem Zeitsprung dass die das die nächsten 20 Jahre genauso weitergezogen haben also diese drei besten Freunde sind natürlich älter geworden und haben so ihre Beziehung und jedes Mal wenn sie irgendeine Ausrede brauchen in ihrer Beziehung hält Ricky Stenicki her so ja Ricky Stenicki hat das und das gemacht und Ricky hat jetzt wieder das gebracht so ich muss dem da und da aushelfen und die und die Veranstaltung und so und die haben das aber ganz clever wenn du so willst aufgezogen also irgendwo natürlich auch hart so weil also Betrug halt wirklich auf einem Level wo man eigentlich sagen müsste es ist eine Frechheit dass da manche von denen sogar verheiratet sind und so aber wie auch immer diese drei besten Freunde haben dann ein Buch was sie die Bibel nennen wo sie explizit aufgeschrieben haben damit es da keine Konflikte gibt wann Ricky Stenicki als Ausrede zum Einsatz kam damit dann nicht plötzlich der eine sagt ja ich muss jetzt Ricky Stenicki in Miami aushelfen und dann der andere aber irgendwie damit das nicht kollidiert mit den Terminen damit dann eine Timeline entsteht die auch glaubwürdig und nachvollziehbar ist damit das auch nicht überstrapaziert wird das Ganze damit da niemand Verdacht schöpft und so haben sie das jetzt 20 Jahre erfolgreich gemacht naja ja jetzt sind diese Freunde also erwachsen Dean, Wes und JT werden gespielt von Zac Efron Jermaine Fowler und Andrew Santino den wir kennen aus ich kenne den aus super viel Comedy zuletzt im Beef bei Dave spielt er eine der Hauptrollen Disaster Artist war da auch dabei rote Haare immer Bart eigentlich kennst du bestimmt jedenfalls der spielt JT und Dean und JT sind jeweils verheiratet Jermaine Fowlers Rolle Wes ist eher so ein Loner der lebt in einer schwulen Beziehung und sein Freund ist wenig zufrieden mit dem was er so macht weil der eigentlich halt so slackermäßig den ganzen Tag auf der Couch abhängt eigentlich Ambitionen hat als Autor zu arbeiten aber das diese Ambitionen die sind halt oftmals up in smoke und deswegen ist er noch so der flexibelste von den anderen aber die anderen beiden haben eben also Andrew Santino hat jetzt eine hochschwangere Frau also JT in der Rolle die von Emma Roberts gespielt wird ne Quatsch Entschuldige falscher Film Emma Roberts ist hier nicht dabei aber eine Frau man könnte ja vielleicht sogar optisch eine Ähnlichkeit unterstellen Anja Savcic heißt die Dame die spielt hier Susan weil die kennt mich auch aus Laudermilk insofern ist da eine Parallele Big Sky hat sie auch eine große Rolle gehabt du kennst sie optisch garantiert jedenfalls gibt es da noch die Frau von Dean Erin wird von Lex Scott Davis gespielt die ist jetzt in der Suits Neuauflage auch dabei Suits LA aber The First Purge hast du ja auch gesehen glaube ich den hab ich gesehen da spielt sie auch mit also kennst du vielleicht optisch ich weiß nicht also wenn es der letzte Purge war der fehlt mir noch aber okay bin mir nicht sicher ja jedenfalls ist die Konstellation halt dass Zac Efron mit Freundinnen die wollen keine Kinder sind eigentlich happy mit sich und ihrem Hund und JT und seine Frau die haben jetzt eben die erwarten gerade das erste Kind und jetzt steht da eben die Babyschauer an und um aus dieser Babyschauer rauszukommen muss Ricky Stinnicky wieder herhalten so jetzt sagen die also inszenieren halt einen Anruf von Ricky Stinnicky ruft dann eben Wes JT an und tut als wäre Ricky und dann heißt es ja jetzt ist der Krebs von Ricky ist zurückgekommen der ist jetzt da in einem Krankenhaus und so und dann schaffen die es halt das so hinzudrehen dass die Frauen alle sagen ja ey ihr müsst da hinfahren hallo das ist ein langjähriger Freund von euch jetzt hat der wieder Krebs und so scheiß auf Babyschauer und so geht da hin ja und dann gehen die Jungs halt zusammen nach Atlantic City weil die da halt ein Feier geplant haben weil die über den Arbeitskollegen an Tickets rangekommen sind für irgendein Konzert und da wollen die halt raven und eigentlich nur feiern und haben halt so wieder Ricky Stinnicky als Ausrede benutzt Dean und JT arbeiten nämlich zusammen die sind da im Finanzbereich tätig und ihr Boss Summer Hayes wird gespielt von William H. Macy oh ok ja das schönste ist aber wer Ricky spielt weil der muss noch zum Einsatz kommen weil jetzt sind die in Atlantic City und plötzlich heißt es die muss Babyschauer muss abgebrochen werden und so weil Wasser gebrochen die müssen die Schwangerschaft ist jetzt wohl doch verkürzt worden so vier Wochen zu früh soll jetzt das Kind geboren werden und die sind halt in Atlantic City und muss jetzt irgendwie zurückkommen die Fruchtblase meinst du was hab ich gesagt Wasser gebrochen water broke total schlecht übersetzt wie heißt das auf Deutsch die Fruchtblase ist geplatzt Wasser gebrochen ist auch schön ja alle Dämme gebrochen jedenfalls müssen die dann schnell Wasser gebrochen kommt nur Wasser raus müssen die dann schnell zurück und haben jetzt in Atlantic City an der Bar einen Typen kennengelernt der sich als Rod vorstellt drückt ihr dann auch gleich eine Visitenkarte in die Hand die wollen eigentlich nichts mit dem zu tun haben aber Rod ist so ein bisschen aufdringlich sagt ihr dann so hier ich mach Impersonations aber X-Rated alles so weil der hat so ein bisschen so eine weird L Schiene die er fährt in seinem Programm weil der parodiert bekannte Songs aber immer mit Masturbation was? ja das im Text oder ja ja klar nee nee der Text wird dann also der hat dann so ein Billy Idol Song und performt den dann aber halt ersetzt den Text durch Texte die auf Masturbation anzuwenden sind ich hoffe doch dass dieser Typ von Rob Schneider gespielt wird nee der wäre doch perfekt für so Rod Reimstedt wird von John Cena gespielt John Cena okay natürlich und der ist eben Schauspieler und hat aber da in Atlantic City halt seine Parodieshow wo er eben Masturbationssongs performt deswegen wird dann eine Einstelle wieder von JT auch Weird Al Wankowitsch genannt was ich großartig fand das ist schön ja naja jedenfalls quatscht Rod diese drei Typen dann halt an der Bahn und so lernen die den kennen haben dann auch seine Visitenkarte und reisen jetzt zurück und sind da im Krankenhaus und plötzlich kommt das Gespräch natürlich wieder auf Ricky weil die sagen ja was ist denn jetzt mit dem Krebs von Ricky wie geht's dem und so erfinden sie halt die nächste Lüge wo sie erzählen ja Ricky hat uns verarscht so der hat den Krebs der ist gar nicht zurückgekommen sondern der wollte jetzt feiern dass er jetzt irgendwie schon fünf Jahre ohne Krebs ist und hat uns halt verarscht und plötzlich stand er da einfach irgendwie mit einer Limo und Champagner und so ja und jetzt geht's natürlich so weit dass die Frauen und ein paar von den Müttern dann halt auch irgendwie sagen jetzt müssen wir Ricky aber auch endlich mal kennenlernen was ist denn mit dem Typ der irgendwie existiert ja immer nur in Erzählungen so wir wollen den jetzt endlich mal sehen und jetzt nächste Woche steht aber irgendwie Briss an ja weil JT ist jüdisch und deswegen soll da eine Beschneidung stattfinden und da soll es Ricky zu eingeladen werden jetzt müssen sie also irgendwie einen Plan machen weil die kommen da nicht mehr raus können nicht mehr sagen ja Ricky ist anderweitig weil früher wenn es solche Situationen gab weil man sich als Zuschauer natürlich auch denkt so Leute 20 Jahre habt ihr es geschafft dass jemand als Ausrede herhalten muss den es nie gegeben hat so aber die haben es eben schon auch aufwendig aufgezogen also die haben einen Instagram Kanal für den aufgemacht und so und haben dann halt erzählt dass der dauernd irgendwo in Afrika für wohltätige Organisationen arbeitet alles durchdacht ja ja klar und deswegen ist er halt auch voll oft nicht in Amerika und so und deswegen haben die den noch nie gesehen und jetzt heißt es aber jetzt soll er endlich mal kommen jetzt brauchen die also jemanden der Ricky Sinecki spielt weil die halt sagen wir können das Ding nicht auffliegen lassen weil der also Wes sagt halt ne wir könnten einfach die Wahrheit erzählen und dann sagen aber Dean und JT Alter unsere Beziehungen sind sofort vorbei wenn wir jetzt erzählen dass wir die seit Jahren anlügen das können wir nicht bringen wir brauchen jemanden der Ricky Sinecki spielt jetzt haben sie halt diese Visitenkarte von dem runtergekommenen Schauspieler der da seine Masturbationssongs performt in Atlantic City er wird dann zu Ricky Sinecki also wird Rod Rhymsted jetzt Ricky Sinecki und John Cena spielt den so groß Alter weil Rod Rhymsted ist nämlich ein Method Actor okay und Ricky Sinecki erzählen sie halt dass der ähm Alkoholismus besiegt hat quasi dass der jetzt irgendwie seit sieben Jahren trockener Alkoholiker ist und Rod Rhymsted ist aber halt richtig harter Alkoholiker so da er aber so ein krasser Method Actor ist sagt er jetzt ja gut egal Ricky Sinecki ist trocken also bin ich auch trocken logisch und hat dann aber halt harte Entzugserscheinungen und da gibt's auf jeden Fall ein paar echt lustige Momente Alter und äh ja das ist auf jeden Fall wieder die Sorte Film von John Cena äh geil bedient was ich an dem so geil finde Alter also ey ohne Scheiß John Cena mittlerweile löst er in mir ähnliche Gefühle aus wie Will Ferrell in manchen Filmen oha das ist so krass Alter ich find den so lustig man ja das hab ich schon gemerkt hier ja ja also ähm ja geben sie rufen sie Rod an und sagen du hast ein Gig du musst jetzt hier für diese Feier einmalig Ricky Sineke spielen also kommt er an ganze Method Actor hat sich dann so ein kleines Safari Outfit zugelegt weil die ja gerade erzählen dass er gerade aus Neurobi kam von wieder irgendeiner wohltätigen Sache und dann ist er da auf dieser Briss und die Frauen haben unnötigerweise dann aber auch den Boss von Dean und JT eingeladen Summer Haze also William H. Macy der dann auch da ist und der dann auch mit Ricky ins Gespräch kommt und schwer fasziniert ist von der Art von Ricky Sineke der halt erfrischend ehrlich ist im Gegensatz zu Dean und JT der dann auch gleich bei der ersten Begegnung mit Summer Haze sagt so ach Mensch neue Haare und er halt so was der so naja da oben sie sind doch hier hast doch transplantiert oder nicht und er so was nee das sind meine Haare er so ja klar so wie Barbies Haare auch ihre Haare sind oder was guck mal man sieht das doch total und so und er halt innerlich natürlich schon total am Kochen aber der lernt Ricky dann sehr schnell lieben vor allem weil er ihnen halt auch auf was hinweist Alter was so groß ich find's so geil William H. Macy's Rolle ist schon auch ziemlich lustig in dem Film weil der macht etwas wenn er reden hält macht er ähnlich wie ich große Gesten mit den Händen nur der macht immer die gleiche und Ricky nennt das Air Dicking weil er immer so macht mit der Faust er hat so eine geballte Faust die er dann immer unnötig nah an seinem Mund irgendwie so vor und zurück bewegt okay und das gerne dann auch mal mit beiden Fäusten ja weil die dann gibt's ich spoilere damit nichts aber es gibt am Ende des Films halt so einen Zusammenschnitt wo die das so mit Auditune zu so einem YouTube Video gemacht haben und halt einen Song drunter gelegt haben wie er am Air Dicken ist Alter und das war schon auf jeden Fall ein Ding ich konnte nicht mehr William H. Macy macht es so groß weil in dem Moment wo er halt dann mal drauf hingewiesen wurde und das auf dem Schirm hat und halt total dankbar dafür ist muss er natürlich danach dann auch wieder irgendwelche Ansprachen halten und er tappt sich dann halt selber immer wieder dabei wie er dieses Air Dicking macht und versucht es dann zu unterdrücken und das spielt einfach Macy spielt das schon geil Alter also er und Ricky Stenicki in Form von John Cena halt wirklich ein Highlight in dem Film und das ist jetzt wieder dieses das ist jetzt ein Beispiel wo du auch eine völlig abstruse Prämisse hast die so an Haaren herbeigezogen ist wo du dir halt eigentlich denkst du ja nie im Leben so ganz klar halt Comedy einfach Mörder konstruiert alles und trotzdem macht der eine Menge richtig aber auch der Film hat eine Länge von einer Stunde 53 was definitiv in der Ecke zu lang ist und dann versucht der leider an manchen Stellen so unnötig emotional zu werden also da ist auch gegen Ende machen die da viel zu viel wo die versuchen eine Message reinzudrücken das hätte es alles nicht gebraucht also dass der dann eben auch noch versucht eben so emotional zu werden und so das ist alles unnötig oh kein Mensch ne also diese Sorte filmen du wirklich nicht weil du hast hier schon echt wieder die komplette Palette an Schwanzwitzen aber eben wie ich finde dann doch von der guten Sorte also da hat erstaunlich viel für mich funktioniert also ich fand hier wirklich vieles hart lustig aber eben dann kriegt er vor allem im letzten Akt halt wieder so eine Tonalität die das die es nicht gebraucht hätte und damit hat das auf jeden Fall nochmal Einfluss gehabt so wie ich den Film insgesamt finde und zwischendurch gibt es natürlich auch Gags die die man so gar nicht zünden aber so in der Summe war ich dann doch sehr positiv überrascht das ist unterm Strich finde ich echt ein guter Film ich hätte es wirklich nicht erwartet also weil als die als die diese Prämisse aufgemacht haben ich so komm schon ey also ja aber eben es steht und fällt einfach wahnsinnig viel hier mit dem was John Cena macht und das drumherum funktioniert auch wirklich gut ist auch jetzt mal ein Film wo man mit Jermaine Fowler nicht auf den Keks ging und so funktioniert dann eben selbst so eine völlig konstruierte Prämisse und jetzt mal so hinter den Kulissen finde ich das ganz schön krass weil ich habe gelesen dass dieser Film schon 2010 das erste Mal angekündigt wurde okay damals sollte James Franco Ricky Stenicki spielen ja dann gab es da aber wie üblich irgendwelche Terminprobleme dann war James Franco raus jetzt gibt er das wer nachgerückt ist Hoa Quinn Phoenix was sollte dann Ricky Stenicki spielen auf den Weg nicht gekommen dann wurde es wieder verschoben bis 2013 dann war Phoenix raus und Jim Carrey ist eingesprungen okay dann hat es wieder ein Jahr gedauert Jim Carrey die ganze Zeit noch auf dem Projekt mit drauf dann ging es zeitlich nicht mehr und dann ist Nicolas Cage nachgerückt alter was die hätte ich halt alle einzeln gerne in dieser Figur gesehen also können wir bitte noch einfach Ricky Stenicki mehrfach machen und es einfach immer nur die Rolle austauschen alter ich fände es grandios ja weil also Nicolas Cage hat sich dann halt gedacht geil das ist voll eine gute Möglichkeit jetzt auch mal zu zeigen dass ich ja früher auch Comedy gemacht habe so man könnte wieder diese Schiene bedienen ja und dann war aber das Problem als Nicolas Cage auf dem Projekt war haben natürlich die Financiers des Films weil wie so oft beim Film der Größenordnung musst du dann halt das Geld von sonst woher besorgen und dann gab es eben internationale Financiers die halt gesagt haben Moment mal wenn da Nicolas Cage mit bei ist dann brauchen wir Action weil dann müssen wir das als Nicolas Cage Film bewerben so und dann wollen die Leute halt irgendwie Action sehen naja und da hatte dann natürlich Nicolas Cage keinen Bock mehr drauf weil der das ja für sich irgendwie als Chance gesehen hat endlich mal wieder Comedy zu machen und wollte eben nicht das gleiche machen wie sonst genau so und dann ist das also in die Brüche gegangen und hat dann bis 21 gedauert als Zac Efron dann eben auf das Script aufmerksam wurde und dann in Kombination mit Amazon sich da wieder reingetraut hat und schlussendlich haben sie dann John Cena besetzt als Ricky Stinicke ja Zac Efron hatte kein Problem mit Comedies da hat er schon ja in sehr vielen mitgemacht Bad Neighbors und Co ja eben Baywatch ja alles mögliche naja auch nicht immer gut jetzt hat er mal Drain The Rock Johnson und mit John Cena gedreht Mensch hat sie beide gehabt super ja für seine Bucketlist vielleicht auch nicht schlecht alright ja soviel zu Ricky Stinicke wie gesagt unterm Strich war ich positiv überrascht hab ich jetzt nicht gedacht ja du dürftest dann wahrscheinlich ein bisschen besser landen als hier unsere Bubble die ich mal aufgerufen habe haben den schon ein paar gesehen ja den haben ein paar gesehen und die sind einhellig alle bei zwei Sternen also hier unser Kumpel Tom hier von Bullets & Fist zwei Sterne Atombombe ist bei zwei Sternen Kalle ist bei zwei Sternen Zero ist bei zwei Sternen die sind sich alle sehr einig da können wir für die auf jeden Fall klingeln aber ich fürchte du wirst dich da nicht einrennen also auch da ich kann es nachvollziehen wenn du halt sagst ja okay es ist einfach eine Humorschiene das ist mir zu platt das ist alles nichts aber Hoffi dein Podcast Seelenverwandter der hat den noch auf seiner Watchlist insofern guck mal ob du mit dem vielleicht auf einer Weile bist ja siehste und ich glaube es gibt ja soweit ich weiß ist Dennis auch John Cena Fan in Comedies ja glaube auch oder findet den auch lustig und dann musst du den auf jeden Fall sehen ey weil also wenn man eben John Cena witzig findet dann ist das ist das irgendwie ein guter Film ich bin nicht ganz auf diesem Hype Train aber also ich finde ihn schon auch ganz amüsant und witzig aber so ey absolutes Highlight auf der Oscar Verleihung ja jetzt kommt mal runter so weißt du klar was sagen Leute oder was ja klar was witzig und so aber ähm absolutes Highlight also ich glaube es ist absolut um von einem absoluten Highlight auf einer Oscar Verleihung zu sprechen weiß ich nicht ob das in diesem Jahrtausend schon stattgefunden hat das das war es halt für viele ja gut ja klar war das lustig ja eben war es lustig aber so finde ich ihn halt auch allgemein in seinem Film der ist halt mal lustig aber äh er nervt mich nicht aber jetzt nicht so du hast gerade gesagt es könnte neuer Will Ferrell werden also weil nein nein Sekunde das ist jetzt wieder wild das ist schon wieder wild interpretiert und typisch Guess alter was ich gesagt habe ist dass der anfängt bei mir ähnliche Gefühle auszulösen wie ein Will Ferrell wenn ich jetzt deine Freundin wäre und du würdest sowas über ein anderes Mädchen sagen dann würden trotzdem die Red Flakes und die Alarmglocken leuchten auf jeden Fall das ist auf jeden Fall nicht cool aber Will Ferrell hat gar keinen Grund eifersüchtig zu werden das wird da wird John Cena nie hinkommen also machen wir uns nichts vor auch wenn wir mit 70 diesen Podcast moderieren darf dieser Will Ferrell Stuhl auf jeden Fall da darf nicht mehr gesägt werden das wäre ja auch Quatsch das wäre auch Quatsch ja nee er sieht das ein da muss ja John Cena auf jeden Fall überhaupt erstmal eine 10-Punkte-Comedy drehen stimmt dann reden wir weiter aber nee das muss eine ganze Reihe an 10-Punkte-Comedys gedreht werden gut nee nee also vorher überleg mal also jetzt mal rein wenn es um 10-Punkte-Comedys geht da würde ich eher da ist wahrscheinlich direkt dahinter eher jemand wie Jim Carrey also nee nee also davon ist John Cena wirklich weit entfernt keine Sorge aber eben es ist irgendwie wenn jetzt solche Comedys kommen und ich mir das angucke dann merke ich einfach so ich freue mich allein schon seine Fresse zu sehen in solchen Filmen da geht die Sonne auf ja so ein Erfahrungswert irgendwie fand den halt schon echt oft witzig so jetzt aber die anderen Punkte und ja da geht es nicht nur den Leuten aus unserer Bubble so das sieht die Kritik nämlich relativ ähnlich also IMDb ist noch verhalten mit 6,2 Metascore ist bei 44 ich war bei 15 mit Tomcats also ich dachte den wirst du wahrscheinlich nicht toppen siehst du das ist auch noch richtig gut dann mit 44 ja Letterboxd im Schnitt halt eine 2,7 aber ein paar Fans gibt es so das darfst du raten ja 49 Lord Letterboxd okay fast 49 na du kannst auch Fan werden von bestimmten Filmen ach wirklich ja das geht auch und das wird ja hier neben den Ratings wird ja angezeigt wie viele Fans davon am Start sind und da steht halt 49 es gibt ja immer neue Sachen ach tatsächlich ja was immer das bedeutet ich hab glaube ich noch nie irgendwie 49 Fans hat dieser Film und 66.000 haben ihn gesehen also das ist schon eine dünne Quote schon wirklich eine dünne Quote ne also als Fan würde ich mich hier jetzt auch noch nicht bezeichnen wo steht das überhaupt wo kann man denn Fan überhaupt ankreuzen weiß ich gar nicht weil das muss man ja ich muss ja auch irgendwie Fan werden können ja vielleicht beim Raiden ne keine Ahnung Review Lock ne achso vielleicht bist du Fan wenn du das Herz ankreuzt achso dann wirst du vielleicht ein Fan ne aber dann ne das sind ja 13.000 die hier ein Herz gegeben haben das ist es auch nicht klärt uns auf ihr Letterboxd-Dudes wie wird man Fan von bestimmten Filmen was hier steht ja das weiß doch der Azubi garantiert der Azubi weiß das doch bestimmt ja du als zahlender Patron von Letterboxd dass du das nicht weißt ne das weiß ich tatsächlich nicht aber ich nutze auch die Herzfunktion nicht insofern das interessiert mich nicht ähm ja siehste ich hab gerade gesehen Nocturnal Animals hat bei mir ein Herz hat ein Herz bekommen anschein na gut Ricky Stinecki nicht ich hab kein Herz ähm ich sag ne 8 ne 7 ach verdammt ich wollte 7,5 sagen shit 8 war zu hoch naja gut warst ja doch recht überschwänglich ich dachte vielleicht du bist ja bei Comedy Semper ich bilde mir ein dass ich das noch ordentlich relativiert hab also aber gut wahrscheinlich nicht ich wollte 7,5 sagen aber hab dann hab ja auch schon ein paar mal zu tief gestapelt ach siehste das war jetzt auch so was ich war auch glaube ich schon zwischenzeitlich bei 7,5 bei dem Film so ist irgendwie irgendwo in dem Bereich auf jeden Fall aber also 4 ist schon hart ja ja also weil der ist wirklich lustig stellenweise William H. Macy man das ist halt auch finde ich der hat so geile Filme gedreht und man vergisst so ein bisschen wie gut der auch in Comedy ist ja der ist super also das ist spätestens wenn man wenn man ihn in Shameless gesehen hat weiß man auch dass er Comedy-Talent hat ja eben aber irgendwie geht das so unter wenn man über ihn spricht finde ich so alright soviel zu Ricky Stenicki und jetzt müssen wir wieder raten weil jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film ja und der kam von Ju der kam von Ju richtig wenn ich das richtig in Erinnerung habe sehr gut und jetzt jetzt darfst du einen Tipp raushauen dann tippe ich auf eine The Quiet haben wir noch nicht erwähnt ja genau The Quiet kannst du ein Geheimnis für dich behalten heißt der wirklich untertitel ja Horror Drama ok Crime Drama oder Horror bei Google steht Horror Schrägstrich Drama aha bei IMDb steht Crime also Crime Horror und Drama alles Thriller Thriller alles mit bei wo ist er hier hier ist er ein Krimi ist ein Dreck dagegen ja äh ich tippe auf eine zwei bam ok aber es ist witzig weil ich seh dich bei zweieinhalb geil das fanden wir anscheinend hier richtig berühmt ja The Quiet kannst du ein Geheimnis für dich behalten ja also recht low budgetierter Film mit 900.000 geschätztem Budget ja die sieht man oder also sieht man halt dass das nicht viel gekostet hat eher ja das sieht man tatsächlich ja hast du Feedback eingeholt von Drew was diesen Film angeht warum warum es dieser geworden ist was er sich dabei gedacht hat ne ich weiß noch was ich in die ganze Zeit verwechselt habe weil auch wieder diese Patreon Diskussion äh und zwar mit dem Los Film den die reingeschmissen hat weil das war nämlich ein dänisches Liebesdrama oder irgendwie keine Ahnung irgendwie so ein dänischer Film und den hab ich jetzt ich dachte The Quiet wäre dieser besagte dänische Film das war allerdings der Film den wir in den Los drauf geschmissen haben ok und Phaps hat mich nur einmal korrigiert meinte das ist nicht der dänische Film mhm aber ich glaube es wurde nicht allzu viel darüber gesagt sie ist einfach nur The Quiet Girl Auftragsfilm von Drew äh da heißt auch nicht The Quiet Girl das hast du jetzt schon mal ja schon wieder ja ne ich meine The Quiet mhm ja weil ich hatte schon auch beim Gucken zweimal die Frage im Kopf sag mal gucke ich mir gerade einen richtigen Film an hab ich mich auch gefragt tatsächlich das ist immer irgendwie so meinst du das ernst also hä ich hatte wirklich Angst dass ich mir gerade den falschen Film unnötigerweise angucke ja gut Geschmäcker sind ja verschieden und so das kann ja sein dass manche vielleicht äh in Filmen anders sehen als wir aber ähm bestimmt logisch aber es ist halt der Gedanke der aufkam aber wir haben dann offenbar das gleiche und das richtige geguckt The Quiet aus dem Jahr 2005 zumindest haben wir beide das gleiche geguckt ob es das richtig kam das werden wir dann rausfinden aber das ist der Film den wir jetzt gesehen haben ja Regisseurin Jamie Babbitt mhm 79 Credits und hat sehr viel Fernsehen gemacht eine Menge Serien die wir lieben ey also 5 Emmy Nominierungen bringt die schon zusammen und hat da wirklich viele viele Serien gemacht aber auch schon immer gerne nur so ein zwei Episoden und dann ja ja aber schon wirklich geiles Zeug dabei also so eine Tuck und so schon Anfang 2000 aber jaja und filmmäßig hat die dann eher so Independent Filme gemacht das sieht man ja vielleicht auch an dem Budget dieses Films ja und es gibt ein Film ich glaube das war das Debüt von Natascha Leon But I'm a Cheerleader hieß der mhm und da weiß ich tatsächlich von ein paar Leuten die von dem recht viel halten weil der wohl dann doch in einer gewissen Community so ein bisschen seinen Stempel hinterlassen hat in der Cheerleader Community nein sondern es ist sowieso wie also es gibt auch in diesem Film so eine Komponente aber die Stoffe von Jamie Babbitt die sind oft lesbisch mhm also es geht oft um lesbische Inhalte und es gibt noch einen Film von dem habe ich nämlich auch schon mal gehört und den will ich tatsächlich irgendwann nochmal sehen den kenne ich nicht Edi-Bedi-Tiddy-Comedy was zur Hölle hast du noch nie gehört? nee okay witzig mhm genießt so in gewissen Kreisen auch ein bisschen Kultstatus aber eben alles so Independent-Geschichten und ich glaube der Mainstream könnte sie dann eben eher aus halt den Emmy-nominierten Stoffen kennen weil sie da Regie geführt hat mhm naja Autorinnen ab die Nazemian und Micah Schraft letztere für Hang geschrieben und Jane the Virgin ja Jessica Jones Morning Show auch mitgeschrieben mhm und ab die Nazemian ja aber das ist halt auch wieder sowas ne von Morning Show irgendwie eine Episode ja ja eben also wirklich auch so marginal und Abdi Nazemian ist er als Produzent äh Produzentin ist das eine Produzentin ist das jetzt ein da hab ich gar nicht nachgeguckt weiblicher Namen bin ich mir nicht sicher jedenfalls er so durch Produktion in Erscheinung getreten hat zum Beispiel Call Me By Your Name produziert ja genau einer der Produzenten bei Call Me By Your Name männliches Pronomen ja da bin ich sicher achso ja Abdi wahrscheinlich weiß man manchmal nicht naja ja ja und jetzt haben wir hier eben einen relativ kleinen Film der für ein schmales Geld entstanden ist mhm und eben ein Genre Mix und schon auch irgendwie einer der wilden Sorte finde ich weil das ist natürlich aufgrund des Inhalts Rated R und die Genre haben wir schon genannt aber das ist trotzdem halt irgendwie nichts was zu irgendeinem Zeitpunkt blutig wird oder dass das irgendwie wahnsinnig einen mitnimmt oder so finde ich also es aber auch da ja gibt es wahrscheinlich Leute die das anders sehen und es geht um eine Teenagerin namens Dot die ist die Hauptfigur und Dot ist seit kurzem ohne Mutter weil der der ja die ist vor kurzem gestorben der Vater ist also verwirrt wird ach Quatsch andersrum die Mutter ist länger gestorben und jetzt ist der vor kurzem eben auch der Vater gestorben so und zu dem Vater hatte sie halt eine sehr enge Bindung und Clou an der Sache ist dass sie gehörlos ist Dot kann also nichts hören und hat sich irgendwie dann auch entschieden nicht zu sprechen ja offensichtlich taubstumm auf den ersten Blick ja und jetzt wird die zu ihren Paten geschickt logischerweise weil dem der Vater gestorben ist also kommt sie zu ihren Paten Olivia und Paul Deer und die haben eine Tochter namens Nina und Nina ist sie hat auch eine innige Beziehung zu ihrem Vater ja und Nina ist Dot gegenüber sehr feindselig eingestellt das ist also anfangs noch Bullying auf einem recht niedrigen Niveau aber das nimmt dann schon auch ein paar größere Ausmaße an ja und die nutzt den Umstand dass Dot taubstumm ist um ihr Geheimnis zu erzählen deswegen auch der deutsche Titel kannst du ein Geheimnis für dich behalten ja und jetzt ist halt die große Frage wie weit erzählen wir was diese Geheimnisse angeht weil wir ja jetzt unter Umständen schon in den Zwoller-Bereich kommen das ist jetzt die Frage ja ich hab mich auch gefragt aber ich meine die Prämisse und das dunkle Geheimnis wird ja nur relativ früh schon klar ja aber logisch ist das so ein kleiner Aha-Moment im Film aber wir können ja vorsichtig halber spoilern oder kann ja nicht schaden dass wir die Spoiler-Triangel hier ertönen lassen und dann sollten wir noch weiter erzählen wollen müssen wir aber nicht meinst du wir können es auch lassen ok es geht auf jeden Fall um den Vater der da eben stark mit reinspielt und Dot erfährt dann da eben Dinge die sie nicht erfahren soll und jetzt ist aber dort eben taubstumm und deswegen sind diese Geheimnisse bei ihr vermeintlich sehr sicher vermeintlich naja denkt Nina halt ne dass das ja dass die ja quasi nichts ausplaudern kann wo ich mir auch denke na gut sie kann es ja anscheinend auch nicht hören warum überhaupt erzählen aber gut sie hat dann halt jemanden wo sie das abladen kann hatten wir doch auch bei ähm Sleep Tide dass er sich bei der bei der Mutter die im Koma liegt ausschüttet weil er halt das Bedürfnis hat ist trotzdem jemandem zu erzählen was er da so was er so macht ja am besten jemand äh der bei dem das keine Konsequenzen haben wird mhm das ist halt wie so ein Tagebuch ja zur Besetzung können wir sagen dass Dot von Camilla Bell gespielt wird mhm hattest du ne in 10.000 BC ja meine erste Blu-Ray hätte ich natürlich null zuordnen können dass die da mit dabei war aber ja war da wohl die weibliche Hauptrolle mhm ja Alicia Cuthbert die spielt Nina Deer die kennen wir aus vielen anderen Sachen also wir hatten ja immer Love Actually hat jemand mitgebracht ne aber die hat halt auch wirklich viele B-Movies gemacht und also ich bin auf jeden Fall schon ein paar Sachen aus ihrer Vita gesehen ich weiß nicht ob du The Girl Next Door zum Beispiel kennst weil den mag ich mit dir gerne so mit Timothy Oliphant wo sie diesen Pornostar spielt also den find ich tatsächlich ist so ein kleiner guilty pleasure Film von mir mhm und in erster Linie kenn ich sie natürlich als Tochter von Jack Brower von Kiefer Sutherland 24 ja 24 das war ja so ihr Durchbruch mhm ja da war sie natürlich schon noch deutlich jünger ne wobei ne der Film ist ja hier von 2005 ja war so zur ähnlichen Zeit mhm ja der Vater wird von Martin Donovan gespielt der hat auch schon eine ganze Menge gemacht mit seinen 122 Credits also auch viel Serie du kennst dich wahrscheinlich aus Weeds ja ich kenn aus Weeds als D.A.A. Ja Big Little Lies bei Tenet war er auch dabei und die Mutter Olivia wird von Edie Falco gespielt und jetzt halt ich auch nicht unbekannt die beiden spielen Trustmit den ich schon gesehen habe ach in dem Auftragsfilm den wir auch noch hier ausstehen haben da hab ich nämlich reingeguckt und dachte so alter krass Martin Donovan und Edie Falco wieder dabei ok ist ja abgefahren voll krass zwei Auftragsfilme in diesem Monat mhm ähnlicher Cast ja und dann gibt's ein Love Interest namens Connor der wird von Sean Ashmore gespielt das ist hier Iceman in der X-Men Reihe mhm und ihre beste Freundin also Ninas beste Freundin Michelle wird von Katie Mixon gespielt ich hoffe doch da wird jetzt Danny McBride alter und das ist so krass beim gucken ich bin nicht drum rum gekommen ich hab's so lustig gefunden weil ich so an ihre Rolle an Eastbound and Down denken musste ja das Love Interest aber die ist ja schon auch eh relativ groß geworden dann hinten raus ne weil Mike & Molly war ja schon nein das war kein Fettshaming Witz doch kein Freiwilliger aber es war einer aber bei Mike & Molly ist ja dann wirklich auch einem sehr großen Mainstream Publikum bekannt geworden wie ihr versucht um den heißen breit zu reden richtig gut ja aber das Objekt der Begierde bei Eastbound and Down und das ist schon auf jeden Fall was das ist so bei mir hängen geblieben alter ja total und das hier war ja ihr zweiter Credit also das Ganze war ja alles danach und das ist halt echt ein sehr frühes Ding wo sie hier mit gespielt hat aber es ist so krass ich seh die und ich war sofort bei Eastbound and Down wo sie diese leeren spielen ja schön so jetzt wie fandst du das Ganze schlimm fand ich das okay ich hab beruhigt sehr sehr schlimm also angefangen mit der Optik die mich so an Degrassi Junior erinnert so Ende 80er Anfang 90er oder so halt diese Hallmark Movies damit kannst du auch vergleichen ja so eine ganz billige Optik und wenn ich die Schauspieler nicht aus anderen Filmen kennen würde passen die da auch super rein also Edi Falco hat natürlich schauspielerisch wieder so ein bisschen mehr aufgefahren als die anderen würde ich sagen aber ansonsten Alter ist das wirklich das ist so wie so ein naja sie hat zwar mehr aufgefahren aber das wirkte für mich trotzdem sehr deplatziert das hat aber mit der Inszenierung zu tun ja ja klar das war irgendwie das war nichts okay ey das ist krass Will Ferrell hat mich wirklich dahin konditioniert dass ich in solchen Filmen halt auch die Comedy erkenne ich hab's befehl und ich hatte hier wirklich ein paar Momente wo ich laut losgelacht hab Alter weil ich das so witzig fand so unfreiwillig dass sie das so gemacht haben dass das so inszeniert wurde und dass dann selbst für so ein Budget dass trotzdem müssen da Leute ja zugesagt haben und gesagt haben ja geil genau so machen wir es das ist und mittlerweile sorgt das bei mir wirklich für den einen oder anderen Lacher aber das also konnte natürlich nicht kaschieren was das hier für ein Ding ist ja ich bin tatsächlich auch nicht drum rum gekommen was wir hier schon ein paar Mal hatten auch bei diesem bei diesem Film hier mit mit hier war das Faye Dunway oder Jessica Lange die diese Schauspielung gespielt hat Anfang der 80er hier Mommy's Dearest oder so hieß der Mommy's Dearest ja Mommy's Dearest weißt du oder so Filme John Crawford genau John Crawford wo du gesagt hast die haben so eine gewisse Fangemeinde ja weil die so campy sind weil die so campy sind genau obwohl die Filme an sich nicht gut sind und hier kann ich mir auch vorstellen dass man so in so einer richtigen Runde vielleicht seinen Spaß mit hat mit dem Schauspiel mit dem Stil des Films oder du hattest ja auch hier diesen den Oscar nominierten Film wo du dir nicht sicher warst ist das jetzt lustig gemeint ja May December genau May December oder ist das nicht lustig gemeint so also wie ist dieser Film tatsächlich konzipiert und man kann den verschieden dann genießen und so ist glaube ich auch The Quiet aber also ich hab mir rausgeschrieben was Variety darüber verfasst hat weil ich hab mir so ein paar Kritiken durchgelesen um mal zu gucken wie sich das zusammensetzt und die haben es für mich ganz gut auf den Punkt gebracht weil die schreiben dieser Film hier wie ein Lifetime Film auf Crack schöpft The Quiet jedes reißerische Klischee aus dem Brunnen der hormonellen Verwüstung von Teenagern in eine Geschichte über eine dysfunktionale Familienkrise aus bei der man sich nicht sicher ist ob man den psychosexuellen Exzess der Vorstadt-Gothik oder die augenzwinkernde Bösartigkeit in den Vordergrund stellen soll und das ist halt wirklich genau dieser Clash wo ich was bei mir dann mitunter lustig war was die hier versuchen das geht halt null auf na also dieses dieses eigentliche Drama worum es hier geht was Nina so treibt eben diese psychosexuellen Exzesse der Vorstadt-Gothik wie sie es hier nennen das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du eben diese diese Bösartigkeit mit der die Charaktere unterwegs sind das kriegt ja schon auch also in einem anderen Gewand hätte das was von Lynch weißt du weißt du ich mal den Vergleich habe ich jetzt nicht kommen sehen aber naja weil du diese Abgründe der Vorstadt-Leute erzählst weißt du du hast ja dieses Suburbia wo hier wirklich düstere Dinge passieren ja aber das sag ich ja in einem anderen wie Happiness oder American Beauty machen das ja auch aber halt smarter so weißt du und halt besser Happiness ist doch nicht so ein Vorstadt-Szenario das ist ja schon findest du sehr städtisch oder nicht ja gut aber jetzt nimm mal halt das was Lynch so macht in seinen Filmen ja weißt du du erzählst dieses Suburbia und dann wird es richtig düster und irgendwie versucht dieser Film hier ja auch so diesen diesen Clash dass du so diese heile Welt im Suburbia hast und dann geht es um die Abgründe der Leute dann bröckelt die Fassade ja ja gut klar aber das ist halt so wie der so wie es der Film macht sorgt es bei mir halt eher dazu für dass ich es alles mörderlächerlich finde das ist auch super also die ganze Entwicklung ist ja auch unglaubwürdig also wie Nina dann auch ja ja also wie so die Brüche die da wie sie reagiert also da gibt es ja andere Lösungsansätze die man hätte vielleicht machen können also das wird ja überhaupt nicht in Anbetracht gezogen wo ich denke so Alter okay also es komischer Film total ja und deswegen ja ich fand den auch mörder schlecht aber ich hatte eben den ein oder anderen Lacher zwischendurch durch die unfreiwillige Comic bist du ein bisschen durchgekommen auch nicht schlecht weil es halt wirklich also dieses Lifetime Film auf Crack das trifft es halt und das sorgt bei mir für den ein oder anderen Lacher Will Ferrell ist schuld Will Ferrell ist schuld ja gut ja aber also was sich die Regisseurin da gedacht hat das ist mir wirklich auch unbegreiflich das kann die das kann die doch nicht ernst gemeint die Optik und das Schauspiel und die Inszenierung das ist wirklich ganz ganz unterste Schublad aber da siehst du mal was das ausmacht weil das sind ja nicht das sind ja keine untalentierten Leute beteiligt hier die haben ja auch also von allen haben wir schon Dinge gesehen die wir als gut bezeichnen würden und trotzdem ist das in der Summe hier so eine Grütze weißt du also es ist halt zu 100% Inszenierung und natürlich die Optik das ist halt das wäre jetzt auch wieder eine Frage würde dieser Film aussehen wie ein Nolan Film ob es dann besser wäre würde man das dann unter Umständen total geil finden das hilft auf jeden Fall nicht das kann man unterschreiben und hier hast du dieses Ding mit der Schauspielführung dass du denkst Alter genau so wollte der Regisseur das dann haben er wollte die Szene so gespielt haben wie die es gespielt haben und das kann das war einfach scheiße ja eben und auf mich übt es an der einen oder anderen Stelle fast schon eine Faszination aus weil ich eben nicht fassen kann dass da alle im Raum gesagt haben geil genau so das finde ich halt so krass aber es fände ja offensichtlich auch ein paar Leute gut also Ju konnte ja mit dem Film was anfangen oder wolltest du jetzt einfach nur unsere Meinung dazu haben also kannst du dir gerne mal mitteilen ja bitte Ju sag uns was du daran gut findest normal sind es ja auch meistens Herzfilme von den beiden die da kommen die die auch mögen also kann ich auch was ich halt auch irgendwo so krass finde also irgendwo so hart irgendwo hart aber damit auch schon fast wieder lustig wie wie lapidar mit diesem Thema umgegangen wird ja also weißt du weil du hast ja eigentlich das ist ja eine richtig fiese Nummer und dann aber mit diesem Clash und so und das was hier dann passiert basierend auf diesem Ding und wie sie sonst halt so auch ist so weißt du also so halt in der im College und so dort meinst du ja ja was ihre Figur für einen Bruch macht am gewissen Punkt der ist so hart der ist null nachvollziehbar aber halt auch das meine ich auch durch dieses lapidare wie du es gerade erwähnt so die Entscheidung die dann am Ende getroffen werden die siehst du ja gar nicht kommen weil du denkst als Zuschauer Alter das ist überhaupt nicht organisch was hier passiert kommt alles voll aus dem Nichts aber nicht so dass es dich schockt sondern dass du halt eher denkst Alter wollt ihr mich verarschen ja genau so von wegen so völlig unglaubwürdig ja okay ja schön siehst du siehst du anscheinend ähnlich ja ja cool sehe ich ähnlich oh je okay aber das ja ich hoffe du hast dann trotzdem noch irgendwas guckbar gefunden an dem Film nicht so richtig viel aber schauen wir ja 96 Minuten ist vielleicht das was man positiv hervorheben kann dass der keine zweieinhalb Stunden geht ja hast du noch was ne können die restlichen Punkte vorlesen ja 6,1 sind es auf einem DB der Metascore ist bei 29 das zieht sich heute auch so ein bisschen das zieht sich wirklich ganz schlimme Metascores ja 2,7 auf Letterboxd richtige Highlights heute dabei so wo bist du gelandet ein Punkt ein Punkt das heißt ich bin anderthalb daneben wo bist du denn gelandet ich bin noch bei 4 du bist bei 4 ja Alter wie gesagt ich hab ich hab stellenweise wirklich gelacht Alter weil ich hier gelacht hab als Comedy hat es für dich funktioniert ja ich dachte es macht vielleicht einen halben Punkt aus oder so bei dir Alter 4 ne ich hatte bestimmt 5 Szenen wo ich laut losgelacht hab ok ja gut whatever works ja ich weiß nicht ob das so konzipiert war von den von den Supporter nein garantiert nicht und wie gesagt da ist auch nur ein Typ dran schuld und aber so hatte ich halt zumindest bisschen Spaß mit dem Film weil es also ansonsten wäre das ein Null-Punkte-Film ok dann bist du schon in meiner Region unterm Strich wenn es jetzt nicht diese unfreiwillige Komik gäbe und du bist jetzt du warst bei einem hast du gesagt ja ich war bei einem Punkt ja das war kein Highlight ja und dann wirst du sehen dass Martin Donovan und Ili Falco eben auch mal dass die auch mal anders spielen können aber du hast mich auf 2 getippt ich weiß nicht was ich getippt habe war es noch 2 ich dachte nee Quatsch doch ja stimmt habe ich mir mal aufgeschrieben warum frage ich überhaupt du hast mich bei 2 gesehen ich habe dich bei 2,5 gesehen ja aber ich dachte vielleicht fandst du ja auch noch ein bisschen was lustig nee leider nicht schade war vom lustig da war ja Tomcats noch lustiger ja anscheinend genau genommen war er doppelt so lustig glaube ich weil nee 2,5 ja der war doppelt so lustig wie The Quiet insofern hat das Comedy leider bei mir auch nicht funktioniert das ist wahrscheinlich das Gen was mir fehlt gut dann haben wir uns heute aber beide nicht mit Ruhm bekleckert von der 0 sind wir heute entfernt ja 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 so 2,3 3,5 für mich und du bist bei ui mehr so 3,5 für dich und für mich noch mehr ja ich drück mal den hier niemand kann uns was bei Punkte raten wir sind einfach krass ja nee heute waren wir beide nicht gut also 3,5 miese für mich und 5,5 für dich 5,5 zu 3,5 ja yes score score tagesziel erreicht 5,5 super oh mein Gott ja gut aber bei den regulären Episoden sieht es sowieso nicht so gut aus bei den Support Episoden wiederum da habe ich einen Ausgleich geschafft also ach so da schauen wir mal da geht noch was da ist noch was drin da ist noch was drin da haben sie in Geduld danke bei den regulären sieht es nicht so gut aus perfect cover story according to the gossip I've heard it's airtight läuft total ja total airtight ja wunderbar dann haben wir es oder dann haben wir es heute ja soll noch irgendwas loswerden wir haben uns schon bei allen Leuten ausführlich bedankt wir haben auf Alessandro und Dennis hingewiesen ja dann können wir auch werden wenn wir schon dabei sind also bei den Kollegen natürlich auch gerne reinschalten und folgen auch die Filmfressen haben jetzt so ein Ghostbusters Special in eine Videoform rausgebracht und bringen dann doch tatsächlich irgendwann die Episode die wir mit denen aufgenommen haben die kommt dann wohl doch die haben sie uns verraten ja da sind wir mal gespannt ja und die haben wir auch zu Gast ja und die waren ja auch bei uns in der letzten Episode insofern illustre Gäste hier bei uns gehabt heute musst du denen wir nur mit uns beiden Nasen hier vorlieb nehmen aber davor waren ja echt schon einige in diesem Monat am Start und auch im Monat oder in den nächsten Wochen und auch im Monat April haben wir ja natürlich auch einige die in den Startlöchern stehen die jetzt wieder besuchen kommen ja und trotzdessen hat es wieder zweieinhalb Stunden gedauert also es ist dann wirklich nicht so als wären wir zu zweit immer irgendwie sehr viel knapper unterwegs das stimmt ja ihr kriegt ja auch Stoff mal gucken wer das er red mit den zweieinhalb Stunden aber jetzt The show is over Ja Das war's True that Na dann Rinjon Ja Rinjon Tschüss Bewegt Bild Banausen Ja Ja Tops Tops Ja Ja